Ich finde die Moderatorin sehr attraktiv. Gut, dass wir das jetzt wissen. Es ist auch, wenn wir jetzt zur nächsten PSYOP kommen, dass auch die Klimaproteste eine Art PSYOP sind. Also ein aktueller Tweet von dir sagt, PSYOP in Aktion. Niemals hätte man Aktivisten anderer Couleur das Brandenburger Tor besprühen lassen. Das ist ein aktueller Fall. Die Aktivisten der letzten Generation haben das Brandenburger Tor mit so orangener Farbe besprüht. Und zwar, welche Uhrzeit war das? Weißt du das? Das ist ja dieser Punkt mit den Fridays for Future, Extinction Rebellion, Letzte Generation. Das ist alles Pseudowiderstand. Das ist alles Pseudowiderstand. Das ist alles, ja. Ich finde die Leute urlustig, die so einfach in den Chat schreiben, was ist ein PSYOP? Bruder, wenn du das gleiche, was du da in den Chat geschrieben hast, einfach in Google geschrieben hast, hättest du einfach die Antwort rauskopieren können, hier allen die Antwort geben können und dann wärst du so einfach der Held. Weißt du? Das war auf jeden Fall am Tag. Es war am Tag, wo die das gemacht haben. Jedenfalls hast du geschrieben, niemals hätte man Aktivisten anderer Couleur das Brandenburger Tor besprühen lassen. Achso, wer ist die Alte in dem pinken Oberteil? Die Alte im pinken Oberteil ist Aya Velázquez. Und sie hat erklärt, am Anfang stellt sie sich vor und sie ist eine politische, sie, jetzt ist sie eine investigative Journalistin. Vorher war sie ein Bezahlmädchen für gute Stunden und dann war sie auch mit Luisa Neubauer, hat sie so Masken verkauft. Also sie hat Masken verkauft und Luisa Neubauer hat sie empfohlen. Sie war eine Escort-Dame, richtig? Und ja, jetzt ist sie politische Aktivistin und engagiert sich gegen Psyops des Staates. Jedenfalls hast du geschrieben, niemals hätte man Aktivisten anderer Couleur das Brandenburger Tor besprühen lassen, was darauf hinweist, dass genau diese Bilder staatlicherseits gewollt sind. Naja, Luisa, ja, weil früher hat sie zu den Wokis gehört, früher hat sie zu den Pseudolinken gehört und dann hat sie zu den Querdenkern gehört, aber nicht wirklich. Sie ist so wie wir, sie ist so wie wir. Pass auf, gleich kommt sie dazu in so, na gut, ja in 20 Minuten kommt sie dazu, dass sie erklärt, was Links sein bedeutet und die wird genau das sagen, was wir denken. Die Generationen sind Schocktruppen eines neuen Globalfaschismus und sie wissen es noch nicht einmal. Siehst du, Psyops steht für Psychological Operations, deutsch-psychologische Kriegsführung. Ja, Manipulation von Menschen innerhalb einer Gesellschaft, um sie für etwas zu mobilisieren oder um sie für etwas gefügig zu machen. Und das ist eigentlich, ja, alles, was da draußen passiert. Worum es mir leidtut, ist der natürliche Idealismus junger Leute, der in diesem Astro-Turf-Fake-Widerstand schamlos ausgenutzt wird. Das habe ich sogar geliked. Ja, mir wieder, Psyop. Also du sagst das auch, diese Protestaktionen der letzten Generation, die ja schon ziemlich radikal sind und wo sich wahrscheinlich viele Leute fragen, hä, warum können die das denn machen? Also die Frage stellen sich sicherlich einige. Dass das auch gewollt ist, ist das dann auch geplant oder, also wer soll denn da dann dahinter stecken? Oder lässt man sie einfach gewähren? Ich denke, das ist eher das Letzteres. Also ich habe es einmal, habe ich auch beschrieben mit meinem Tweet in der Friedrichstraße mal direkt selber gesehen. Da stand ich zufällig daneben, als die Aktivisten der letzten Generationen schon bereits saßen auf der Straße und es standen rechts und links jeweils zehn Polizisten daneben und die standen da und guckten. Und dann habe ich gesehen, dass die halt wirklich dann ihren Kleber erst rausgeholt haben und sich so die Hände eingepinselt haben. Und ich dachte mir so, ja, geht doch hin und zieht sie doch weg. Mein Gott, noch klebt keiner. Und dann habe ich, ich war so konsterniert, wie jetzt? Das ist doch nicht normales polizeiliches Verhalten, das ist doch alles komisch. Dann war noch ARD Hauptstadtstudio, die war direkt ja da vor ihrer Nase und die haben erstmal schon auch schön aufgenommen und so weiter. Dann dachte ich, ah, okay, vielleicht müssen die Bilder erst in den Kasten oder so. Aber ich habe dann, wie ich halt bin, so, na das sind ja mal Samthandschuhe hinter den Polizisten stehend, mal so einfach reingeworfen und die drehten sich so zu mir um. Und so, aber tat sich immer noch nichts. Also ich habe es live gesehen, sorry. Und jetzt wie da war es ja wohl so am Brandenburger Tor, dass sie noch diesen Hebebühnenkran verwendet haben. Wahrscheinlich als eine Ablenkung. Ja, das war noch Videos, die es von hinten gibt. Da gab es eine Hebebühne und damit haben sie wahrscheinlich so ein bisschen das als Ablenkungsmanöver verwendet, dass ein paar Aktivisten in der Hebebühne sind und die Polizisten sich dann darauf fokussieren, so, oh, die wollen da von hinten irgendwas machen. Und dann haben sie halt von vorne angegriffen. Aber es standen ja noch weitere Polizisten, die nicht mit der Hebebühne zu tun hatten, eigentlich rechts und links vom Tor. Wo waren die? Also es kann doch nicht sein, dass man einfach so etwas machen kann. Das geht doch nicht. Also es müsste doch jetzt spätestens eine Debatte geben darüber, warum die Polizei vor dem Brandenburger Tor versagt hat. Wo ist diese Debatte? Wo war sie beim Reichstag? Wo war die Debatte beim Reichstag? Warum stand ab 16 Uhr kein einziger Polizist mehr beim Reichstag? Also es ist manchmal, kommt mir so vor, man will gewisse Dinge erstmal passieren lassen. So, dass man das öffentliche Symbol dann hat und auf der Grundlage kann man dann wiederum arbeiten. Nur wie man sieht, wird halt mit völlig, mit unterschiedlichem Maß gemessen. Also ein Sturm auf den Reichstag ist ein Angriff auf die Demokratie. Da könnte man jetzt analog beim Brandenburger Tor sagen, es ist ein Angriff auf die deutsche Einheit. Und ein bisschen ist es das ja auch, wenn man mal überlegt, wie diese Gruppe polarisiert ist. Also vom Symbol her gar nicht so schlecht gewählt, ein Angriff auf die deutsche Einheit. Aber da findet halt keine Debatte dann statt über, wie hat unser Beamtenapparat eigentlich versagt. Sondern im Gegenteil, der Beamtenapparat, der eigene, wird fetischisiert gewissermaßen. Aber es ist wohl ein Staat, der so handelt, ist meiner Meinung nach zu keiner Fehlerkultur mehr fähig. Aber du sagst ja, also es geht ja nicht um Fehlerkultur oder so, sondern es geht ja aus deiner Sicht darum, dass das ja auch gewollt ist. Man möchte diese Bilder erzeugen, um ein gewisses Resultat zu können. Es ist einfach die naheliegende Arbeitshypothese, wenn man sich überlegt, Reichstag, Brandenburger Tor liegt beides im befriedeten Bereich, müsste der bestbewachteste Bereich der ganzen Stadt sein. Und wenn da dann was passiert und du einfach mal 20 Sekunden Zeit hast, das Ding komplett einzusprühen, dann hat halt der Beamtenapparat, der Behördenapparat entweder versagt oder er hat aktiv Beihilfe geleistet. Es gibt nur diese zwei Optionen und über beide Optionen müsste es eine öffentliche Debatte geben. Wenn die ausbleibt, ist was faul. Absolut, ja. Und das ist eine wirklich gute Position an der Stelle, weil das ist ja das, was man sich die ganze Zeit denkt bei sehr vielen Widerstandsgeschichten. Da hat man ja das Gefühl, auch bei irgendwelchen Stürmungen, davor haben sie über die Stürmung des Reichstags geredet und hin und her und so weiter und so fort. Ja, du musst davon ausgehen, dass Leute manchmal Sachen geschehen lassen oder dass sie manchmal unvorbereitet sind oder was auch immer. Und das will so vielen nicht in den Kopf. Viele denken so, ja, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Ja, ist doch schön. Weil welche Erklärung hast du, dass diese Leute so, sage ich mal, hofiert und toleriert werden in unserer Gesellschaft? In einer Gesellschaft, wo man wirklich nicht viel dem Zufall überlassen möchte. Und was soll sonst passieren? Also ich meine, wenn ich der Herrschende wäre und dann kommen auf einmal diese ganzen Fridays-for-Future-Kids oder diese ganzen Letzte-Generation-Dullis, dann würde ich die auch supporten, würde ich sagen, wie können wir die für uns verwenden? Deine Hypothese ist ja, sei auch in Aktion. Also du sagst, klar, ist auch... Das ist Meinung, aber es ist meine Arbeitshypothese, definitiv. Du warst ja selber mal Klimaaktivistin. Du warst bei Fridays-for-Future aktiv. Richtig? Entschuldigung, ich muss mich bei Sumse bedanken. Danke, Sumse, für die Besos-Besos. Willkommen bei uns. Danke, Benji, für einen Gegifteten. Danke, genau, Rollo für die Gegifteten, aber da waren wir schon. Ja, dankeschön. Ja. Wie ordnest du das jetzt für dich ein? Weil ich meine, ich denke mal, es ist ja unstrittig. Also ich glaube, in Deutschland ist eigentlich so der Gedanke, dass man sich um seine Umwelt kümmert, das ist total Mainstream. Also das ist jetzt kein Fringe-Thema, kein Minderheitenthema. Aber in dieser Klimadebatte, da scheiden sich ja doch durchaus die Geister. Wie hat dich das damals überzeugt? Also wie hat dich Fridays-for-Future damals überzeugt mit dem Gedanken, dass es das Richtige ist, sich quasi für das Klima einzusetzen? Und ich möchte vielleicht nochmal einen Tweet von dir vorlesen von 2019, wo man vielleicht diese Haltung, die würde ich jetzt eher als kapitalismuskritisch bewerten, aber wie deine Haltung damals war. Du hast geschrieben, zu Weihnachten war das, Hashtag Weihnachten. Mit christlichem Bullshit garnierte Lebenserhaltungsmaßnahme für ein wahnsinnig gewordenes System, das unseren Planeten killt. Daher, wie jedes Jahr im Hause Velázquez, Weihnachtsboykott. Kein Baum, kein Braten, kein Konsum, Geschenke second hand, nur für die Kinder. Also ich hoffe, du verstehst, es geht mir nicht darum, das jetzt vorzuführen, sondern nur um deine Haltung damals so zu verdeutlichen. Dass sich was verändert hat. Genau, und die Frage ist, wie hatte ich erst mal dieses Fridays-for-Future überzeugt überhaupt damals? Ja, ganz interessant. Das fängt nämlich schon in der Schule an. Also ich komme aus einer Generation, wo ich, also ich glaube, du hattest das sicher auch in der Schule, dann hat es vielleicht bei dir eher als auf taube Ohren gestoßen. Ich war nicht so lange auf der deutschen Schule, deswegen glaube ich, ist mir auch ganz, ich wurde einfach nicht so ganz indoktriniert. Auf was für einer Schule war sie, die in Kürzelbeck, wisst ihr das? Wir haben im Prinzip ja mit dem Klimawandel aufgewachsen schon in der Schule als, ja, das ist eigentlich ein riesengroßes, fettes Problem, aber unsere Medien machen da viel zu wenig und da müsste eigentlich viel mehr passieren. Also so wurde ich schon imprägniert in der Schule. Darf ich kurz fragen, warst du in Berlin auf der Schule? Ah, okay, ich denke schon, dass Berlin nochmal speziell ist, aber gut, bitte. Also das war im Prinzip eine Imprägnierung in der Schule schon und mein Gedanke war, also ich war immer so ein bisschen öko. Du hast, du wurdest in der Schule wasserabweisend gemacht? Nehme ich zu und ich habe dann 2018, 2019, also ich war ja auch schon bei Anti-Atom-Bewegungen dabei, 2007, 2008 und so. Beim Castor 2011, im allerletzten Castor-Transport habe ich auf den Schienen gesessen und so weiter, ja. Also so war ich schon immer ein bisschen, bist eine Öko-Tante. Ich glaube, indoktriniert, wollte sie sagen, oder? Richtig, ich bin eine Öko-Tante. Und dadurch hat das ganz gut angedockt, weil diese ganzen Bewegungen, die damals gegen Atomkraft und so weiter protestiert haben, die sind im Prinzip ja auch zum Großteil, nicht alle, will ich sagen, aber dann nahtlos in dieses Klimading überführt worden und die gleichen Leute, die damals praktisch, als ich 20 war in meiner Uni, Vorträge gehalten haben über Hey, lass uns den Castor schottern und es waren überall Sticker auf den Klos und so weiter und wir waren dann, also schottern war ich ihnen nicht. Schottern heißt, dass du Steine aus dem Gleisbett rausnimmst, das ist dann schon Sachbeschädigung. Da geht es in den strafbaren Bereich, das habe ich nicht getan. Aber die Leute, die das damals in meiner Uni promotet haben, die fand ich natürlich cool. Und das sind die gleichen Leute, die jetzt sagen, hier, Hardcore Klimaaktivist und so. Oder auch, die sich kleben und so weiter an die Straße oder das Brandenburger Tor besprühen. So sind die jetzt teilweise schon so ein bisschen älter, diesen Bewegungen. Nee, aber ich habe die gleichen Leute dann praktisch da wiedergefunden und wusste, okay, das ist meine Bubble. Ach, und jetzt kommen die Kinder noch dazu, die Kinder und Jugendlichen und sagen irgendwie, das mit dem Klima… Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es war diese alten Bewegungen, so wie diese Castor-Transporte stoppen und so weiter, das waren noch legit Widerstände, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das waren noch teilweise legit Widerstände. Heute, glaube ich, gibt es keinen Widerstand mehr, den man machen kann, der nicht irgendwie sofort kooptet werden kann. Außer der Widerstand, dass du dir ein demokratisches Kapital aneignest. Das ist das Einzige, was man nicht unterbinden kann. Also das Einzige, was du nicht unterwandern eigentlich und kaputt machen kannst, weil das halt nicht geht. Gut, ich wusste schon, dass es schlimm ist, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Und damit hatten sie mich im Prinzip gecatcht. Also dieses Ding von, die Jungen kommen jetzt von der Schule, die haben alle Infos ganz frisch. Ich bin schon ein paar Jahre raus, ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt. Na, aufhören zu konsumieren geht nicht, weil dann verhungerst du. Die werden es schon wissen, weil die sitzen genau an der Quelle, die haben jetzt die höchste Allgemeinbildung, wenn sie gerade vom Abi kommen, die werden schon wissen, wie schlimm es jetzt um den Planeten steht. Und ich habe dann einfach blind dem geglaubt. Und ich fand das auch natürlich, so eine romantische Seite in mir ist auch total angeklungen so, oh Gott, die Kinder, die für die Rettung des Planeten kämpfen, es hat voll funktioniert bei mir. Na, das Problem ist einfach so, dass heute, wenn du irgendwie Widerstand hast, egal ob du jetzt Querdenker bist oder Gegenquerdenker, ob du Antifa bist oder ob du Faschist bist oder ob du was auch immer bist, es sind, alle sind cooptet von der Herrschaft. Im Endeffekt, im Endeffekt tanzen alle nach der Pfeife der Herrschaft, früher oder später. Es hat voll funktioniert bei mir, gebe ich zu. Wow, wow, interessant. Also du hast wirklich gedacht, okay, die Kinder kommen jetzt von der Schule. Ja. Jugendliche kann man ja schon, junge Erwachsene kann man ja schon sagen. Ja, die sind fitter im Kopf als wir Erwachsenen. Die sind fitter im Kopf als wir Erwachsenen, die wissen schon, wie es läuft. Und die sind ja auch die Zukunft und deswegen kümmern die sich ja auch mehr um die Zukunft. Genau. Was natürlich kompletter, sorry, aber das ist halt einfach nicht richtig. Also aus meiner Sicht, okay. Das heißt, okay, interessant. Das heißt, und dann hast du dich dieser Bewegung angeschlossen, die ja dann quasi die alten Öko-Bewegungen gesammelt hat in gewisser Weise. Und interessant fand ich dann immer, warum sie halt manche nicht gesammelt hat. Ich habe mich dann immer auch gefragt, warum macht denn die Linke da nicht so mit? Und warum sind denn so ein paar Altgrüne da auch so ein bisschen skeptisch? Da müssten doch jetzt alle diese Kinder supporten. Dachte ich mir damals immer, was irgendwie süß ist. Ja, schon, rückblickend. Und habe dann aber schon gemerkt, dass das Klimathema doch polarisierend wirkt innerhalb der Linken. Und dass da dann halt doch nicht alle irgendwie so auf den Zug aufspringen, auch wenn da liebe, süße Kinder vor der Kamera rumspringen und man die ja eigentlich gerne hat. Also es ist ja im Prinzip so eine perfekte Pseupt, wenn Kinder und Jugendliche auf dich zukommen und sagen, unsere Zukunft ist in Gefahr. Ich meine, es ist was Grundmenschliches. Jede gesunde menschliche Gesellschaft versucht, ihre nächste Generation zu erhalten. Das heißt, wenn diese nächste Generation auf dich zukommt und sagt, das ist ja auch so, wie sie einem immer erzählen, unsere Zukunft ist in Gefahr durch Klimawandel. Nein, unsere Zukunft ist in Gefahr durch Kapitalisten. Eindeutig. Gefahr. Dann appelliert es an die primordialsten Überlebenstriebe, die die Gesellschaft überhaupt hat. Also es ist schon gut gemacht. Es ist schon echt super gemacht. Dazu vielleicht eine Anekdote oder nur so meine Ansicht dazu. Mir ist auf jeden Fall immer, ich bin immer skeptisch geworden, wenn ich Kinder vor allem in Kriegspropaganda gesehen habe. Und das wird natürlich von allen Seiten benutzt. Ich möchte da jetzt keine Seite rausnehmen. Danke, Bies Entertainment für 5 Euro. Dankeschön. Ohne Nachricht. Okay. Vielen Dank für den Support. Wenn auch ohne Nachricht. Dankeschön. Als ich das gesehen habe, auch ich erinnere mich noch, und es ist sehr traurig, Neu hier. Willkommen. Ich bin natürlich dieser kleine Junge, ich glaube, Aylan oder sowas an der türkischen Küste, der da tot lag. Und das war natürlich ein sehr symbolisches Bild. Aber gleichzeitig geht bei mir dann sofort so diese Skepsis los, wenn ein Kind genutzt wird. Das eine schließt das andere nicht aus. Weil das eben dieses sehr, wie gesagt hast du, primordiale bei Menschen anspricht. Und ich weiß, wie tief manipulativ sowas auch genutzt werden kann. Und damit will ich natürlich nicht in Abrede stellen, dass nicht ganz grauenvolle Dinge im Krieg oder auf der Flucht oder so passieren. Aber es ist sofort bei mir, ja, sofort Alarmglocke, wenn ich Kinder sehe, die für bestimmte Zwecke erstmal genutzt werden. Hast du ja auch vollkommen recht. Ich meine, seit der Wut. Das ist auch verständlich. Die denken an Kinder wie Sinanji. Danke, Ken, für einen Gegifteten. Dankeschön. Ja, du, Kinder werden einfach für alles Mögliche eingesetzt. Für jedes politische Ziel, das existiert. Das ist halt so. Warte mal, wo war das? Du hast gerade geschrieben, das eine schließt das andere nicht aus. Antikapitalismus ist Klimaschutz. Nee, ja. Antikapitalismus ist Klimaschutz, aber Klimaschutz ist nicht Antikapitalismus. Das heißt, diese ganzen Organisationen da draußen sind meiner Meinung nach alle vereinnahmt von Kapitalisten. Alle. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Möglichkeit des Protests da draußen gibt, die in großem Maße bekannt ist, die nicht kooptet ist. Sei das von der AfD über die Fridays for Future oder sind alles, wie sie sagen würde, Psyops. Ja. Das sind alles Astroturf-Fake-Bewegungen. Kastenlüge und zum Beispiel, ja. Sehr gutes Beispiel, ja. Jedenfalls, genau, das ist erzählt, wie das so für dich sich angefühlt hat, auch Teil dieser Bewegung zu sein und dass du ja auch eine gewisse Historie hast als Öko-Tante, ja, sage ich mal so. Ist ja auch eigentlich ein netter Begriff. Jetzt siehst du das alles ein bisschen anders. Ich habe hier noch einen aktuellen Tweet und den fand ich sehr interessant, wie du das Klimanarrativ betrachtest. Und zwar hast du geschrieben, mit dem Klimanarrativ hat man in Deutschland einen wunden Punkt getroffen. Der Appell an tiefsitzende, internalisierte Schuldgefühle, an protestantische Vorstellungen von Entsagung, Opferbringung, Schuld, Sühne und Buße, das zieht in Deutschland immer. Vor allem, da seit dem epochalen Niedergang des Christentums das psychologische Bedürfnis nach einer Surrogat-Religion besteht. Und was ich interessant finde, ist, weil ich das auch mal mir so gedacht habe, ist, warum funktioniert eigentlich dieses Klimanarrativ besonders gut in Deutschland? Es ist ja nicht so, als würde man das in den USA nicht auch probieren und so weiter. Aber ich sage dir eins, die Autos gluckern da immer noch die drei Liter weg, ja. Also wenn du da, zumindest als wir das letzte Mal dort waren und dann siehst du einen Toyota Camry, also vielleicht kennst du dich nicht aus, ein ganz normales Standardauto mit einem drei Liter Motor, denkst du dir schon, warum? Also es ist einfach nicht notwendig, ja. Und es funktioniert nicht so gut in anderen Ländern. Und die Frage ist einfach, warum? Und ich fand das eigentlich ganz gut formuliert von dir, weil es hat was mit diesem ganz tiefsitzenden Schuldgefühl zu tun, das bei Deutschen irgendwie vorhanden ist. Und auch dieses, wir wollen die Welt retten. Also da ist irgendwas da. Dieses Sendungsbewusstsein. Ja, ich habe so manchmal die Idee, dass vielleicht… Nur wagenkrieg nicht oder wie genau, wer ist denn dann die Lösung? Wir sind die Lösung. Von oben wirst du nicht gerettet werden. Da doch was dran ist, dass so dieses Nazi-mäßige irgendwo tatsächlich vielleicht vorhanden ist, das jetzt aber so ein bisschen umgestülpt ist in so dieses Weltverbesserer. Aber irgendwie hat es immer noch so eine gewisse Allmachtsfantasie, ja. Also das ist so mein Eindruck. Ja, das ist genau der Grund, warum das in Deutschland so gut funktioniert. Dass die Deutschen halt schon eine sehr spezielle Mentalität haben mit ihrem dauerhaften Schuldbewusstsein und auch einer gewissen Gewalt im System, die transgenerational weitergegeben wird. Das würde ich immer vertreten, diese These. Vor allem, wenn man das weiße Band gesehen hat, diesen Film, dann weiß man, was ich damit meine. Also es ist hier schon speziell. Hier hat es auch die meisten Hexenverbrennungen gegeben. Also drei von vier Frauen, die verbrannt wurden. Das wundert mich nicht, liebe Freunde. ...wurden in deutschsprachigen Regionen und Ländern verbrannt. Und also es ist offensichtlich, ich würde sagen, dass hier etwas Dunkles, Schweres reingekommen ist. Das kann man wahrscheinlich sicherlich bis auf den 30-jährigen Krieg zurückführen. Und da war es vielleicht ein bisschen lustiger. Das ist das eine, dass halt auch Sozialingenieure wissen… Also es tut mir leid, aber ich meine, ist euch Deutschen bewusst, dass die Deutschen… schon eine Mentalität haben oder eine Eigenart haben. So kriegt ihr das mit. Also so ist das etwas, na sicher, ihr bekommt das doch auch mit. Und da gibt es schon so eine Mentalität oder so eine nativ-deutsche Dings, was auch immer, die schon sehr brutal ist auf eine gewisse Art. Ja, deutschsprachige Gebiete, hat sie gesagt. Ja, 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 aber rein der Bevölkerung nach seid ihr 85 Prozent davon. Das hörigste Volk der Welt, aha, interessant, so hätte ich es jetzt gar nicht erlebt, aber ja, wahrscheinlich, habt ihr recht. Das ist ja irgendwie, was hat der Dings gesagt, der, wie heißt er? Der Lenin hat doch gesagt, wenn die Revolution in Deutschland anfängt, fragen sie, ob sie Tickets beim Bahnhof bekommen oder sowas. Oder wie war das? Irgendwie so war ja die Geschichte. Na logo, deshalb rennen hier viele Empathen dauerhaft zum Psychologen. Ja, Bahnsteigtickets, genau, genau, genau. Keine Ahnung, so, die Deutschen sind ja ein bisschen irgendwie so schadenfroh, aber auch so unterwürfig und so. Ha, 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 alles muss funktionieren. Und dann, wenn so ein Mensch für die Maschine nicht funktioniert und die Maschine in so den Dreck stößt, steht der Deutsche da und sagt, ja, geschieht dir recht, hättest du gearbeitet. Ja, so, ich habe so dieses Gefühl, dass Deutsche irgendwie so drauf sind. Und ich glaube, sobald irgendein totalitäres Ding hochkommt, egal, ob das jetzt was Grünes ist oder was Blaues ist oder was Braunes ist, stehen die einfach auf die Deutschen und sagen, ja, jetzt können wir endlich anpacken. Ja, so, egal, ob das Sinn macht, was da gerade passiert. So, nein, nein, stell dich nicht in den Weg, wir müssen jetzt anpacken. Jetzt geht's als Eingemachte und wir werden das jetzt gründlich machen. Und so, Bro, chill, kannst du ja kurz nachdenken? Ha, wer will nachdenken? Arbeite lieber was. Okay, Bro, what the fuck? Ja, so irgendwie, der Deutsche ist traurig, wenn er nicht bis 70 arbeiten darf. Ja, 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 es ist irgendwie so ein, 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 ja. Beton, weil er hat Kontaktschuld auf vier Monate. Deutsche wollen einfach tun, egal was. Ja, Mann, so habe ich auch das Gefühl, ja. Danke, Betonka. Moment mal, du warst schon gestern da, Wallachie. Hast du gestern nicht schon so beschreibt? Habe ich hier ein Déjà-vu, Schlaganfall, was ist das? Danke für den vierten. Okay. Welchen Vektor sie irgendeiner Bevölkerung gut targeten können. Und in Deutschland funktioniert das gut über diesen Schuld, Buße, Sühne Vektor. Und dann ist es halt die Beobachtung, die ich noch gemacht habe, als Kulturanthropologin ist es eine klassische Beobachtung. Wir haben einen epochalen Wechsel mit diesem Wegfall der Religion. Aber was diese Mentalität angeht, die Österreicher sind da ganz anders. Die Österreicher sind da ganz anders, finde ich. Also Österreicher sind viel zu passiv-aggressiv, viel zu sehr fressen sie alles in sich rein und sind so schleimerisch fast schon und sind da ganz anders als die Deutschen. Die Deutschen sind viel direkter, finde ich, als die Österreicher. Und die Österreicher sind viel hinterhältiger, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass diese Hinterhältigkeit oder beziehungsweise diese passive Aggressivität auch der Grund ist, warum die Psychoanalyse in Österreich angefangen hat. Weil selbst die Eltern ihre Kinder mit Schuldgefühlen kontrollieren. Ich habe das schon so oft erlebt, irgendwie so in Familien von Freunden, wie mit Schuldgefühlen gearbeitet wird gegenüber eigenen Kindern. So, wo ich mir einfach gedacht habe, so, yo, wie kannst du deine Kinder so emotional erpressen? Das ist Wahnsinn. Ich denke mir, so in anderen Ländern, so Länder, die ich sonst kenne, würde man das nie machen, so in anderen Kulturen. Aber irgendwie so bei den Österreichern habe ich das bemerkt. Ob das bei Deutschen auch so ist, kann ich nicht. Wenn ihr sagt, bei euch ist das auch so. Das kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Kann durchaus sein, dass das, das, das. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht flächendeckend. Ja, es ist, Deutschland ist groß, ja klar, natürlich. Die Leute nicht groß eingestehen, weil wir sind ja so säkularisiert und es ist ja alles Schnee. Ich glaube auch, dass die im Osten anders sind als die im Westen zum Beispiel oder die im Norden anders als die im Süden, aber ja. Das hat ja keine große Bedeutung, es ist Privatsache und so. Aber die Sache ist… Für Österreicher sind Deutsche, nein. Kulturgeschichtlich ist das ein ganz epochaler Bruch. Und da wird so weggewischt, als wäre das nicht, dass die Leute jetzt auf alle, auf einmal alle keinen religiösen Glauben mehr haben. Aber ich denke, Religiosität ist was ganz tief Angelegtes im Menschen. Und das ist nicht einfach mal so, jetzt haben wir die halt nicht mehr, die Religion, sondern da entsteht ein psychologisches Vakuum. Und wir haben ja die letzten Jahre erlebt, dass in dieses psychologische Vakuum im Prinzip ganz viele neue Ersatzreligionen in die Bresche reingesprungen sind und dieses Vakuum besetzt haben. Ich nenne sie Surrogatreligionen, also wie eine Art Ersatz, was die Leute aber brauchen, weil es ein Grundbedürfnis ist von ihnen, in irgendeiner Form religiös zu sein, sich einem höheren Guten unterzuordnen, einem höheren guten Zweck. Und ich denke, das wissen Sozialingenieure, wissen also in Deutschland... Deutschland ist groß, was du sagst. Ich meinte das anders. Mal über den Schuldvektor, das klappt. Das andere ist natürlich, man macht das ja nicht einfach so. Bei uns geht oft die Herzlichkeit. Da knallt der Leistungsdruck selbst innerhalb der Familien aus allen Löchern. Schau mal nach Osteuropa, wie die ZB mit Älteren umgehen etc. Ja, 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 absolut, absolut. Ich glaube, dass das, dass das schon, aber wie gesagt, das kennt ihr, besser als ich beurteilen, nachdem ihr in Deutschland aufgewachsen seid. Ich kann das nicht so einfach sagen. Ich weiß es leider nicht. Und ich denke, dass, Meinung jetzt, persönliche These, ich denke schon, dass in Deutschland sich was verschoben hat, im Sinne von, als es den Kalten Krieg noch gab, war Westdeutschland und Deutschland insgesamt das Schaufenster des Westens. Da hat sich für die Amis auch noch gelohnt, dass es im Prinzip ein gutes Sozialsystem gibt, dass man so schön damit hausieren gehen kann. Und dann seht ihr, bei uns im Kapitalismus funktioniert alles besser. Also man hat ja diesen Systemkonflikt noch, der zwischen Ost- und Westdeutschland ausgetragen wurde. Das ist unglaublich wichtig. Viele verstehen das nicht. Das ist dieses Prinzip von, der Kapitalismus kann nett sein, wenn er muss. Aber seit die Sowjetunion weg ist, muss er nicht mehr. Jetzt kann er einfach wieder alles wegradieren, was sich die Menschen an Wohlstand und an Freiheit aufgebaut haben in Deutschland. Weil das war immer eben nur zum Vergleich irgendwie so, wurde Deutschland gezüchtet mit soziale Marktwirtschaft, so um zu sagen, schau mal, schau mal. Ja, aber kaum war die Vereinigung da, musste man das nicht mehr. Es hat sich praktisch gelohnt, was ins deutsche Sozialsystem zu investieren und auch relativ viel frei zu lassen. Also viele schwärmen ja von der Zeit bis, sage ich mal, 2000, da wurden die Dinge langsam komisch, dass das praktisch die besten Jahrzehnte waren, wo die Leute wirtschaftliche Prosperität genossen haben und weitestgehend staatlicherseits in Ruhe gelassen wurden. Und da haben wir einen ganz deutlichen Umschwung und seitens der USA, also spätestens seit Nord Stream, ist zu beobachten, dass sie eigentlich ihren angeblichen Bündnispartner Deutschland kannibalisieren. Also es ist, glaube ich, eine andere Art der Außenpolitik, als über die letzten Jahrzehnte gefahren wurde. Es ist ganz klar der Versuch zu erkennen, Deutschland zu demusrealisieren. Welche Partei? Smeer-Partei sagt mir nichts. Ich bin nicht vertraut mit der slowakischen... Sind das Nazis oder Sozialisten? Oder sind das... Wer ist das? Kapitalisten oder Sozialisten? Was bedeutet Smeer? Ich kenne die nicht. Bin nicht informiert darüber. Und ich glaube, ein Grund... Soart Wagenknecht. Aha, 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 aha. Tatsächlich. Konservative Linke. Ah, tatsächlich. Okay, wow, cool. Wenn ich mir da überlegt hätte, war auch, dass Deutschland halt als Exportweltmeister Anfang der 2000er aufgetreten ist, also die USA überholt hatte. Und ich glaube, das war für die USA auch dauerhaft kein Zustand. Glückwunsch an die Genossen. Dann gibt es ja diese Stratfor-Pläne, Geopolitik, Deutschland und Russland auf jeden Fall zu separieren, weil die beiden zusammen sind irgendwie unschlagbar, von wegen billige Rohstoffe und deutsches Know-how halte ich auch alles für sehr, sehr plausibel. Aber vor allem, wenn man guckt, was jetzt passiert, dass halt solche Angriffe auf die deutsche Infrastruktur gefahren werden mit Nord Stream, dass kopflose politische Entscheidungen irgendwie so unterstützt werden, dass sie dann Realität werden mit diesem Abschalten der Atomkraftwerke gerade jetzt. Und das sage ich als ehemalige Anti-Atomkraft-Aktivistin, dass das nicht gerade so eine super Idee war. Also ich nehme das Ganze als einen konzertierten Angriff auf dieses Land und letztendlich souveräne nationale Entscheidungen. Und für mich sind die Klimaaktivisten ein Angriffsvektor, der halt nach Bottom-Up aussehen soll, also praktisch Grassroots. Es gibt da auch den Begriff AstroTurf, also das bedeutet Kunstrasen wörtlich übersetzt. Das ist eine künstliche Grassroots-Bewegung, die so aussehen soll, als ob sie von unten kommt, aber eigentlich von oben orchestriert ist. Und es ist immer so schön, wenn du da junge, passionierte Leute hinschicken kannst, auf die Straße setzen kannst, die sich nur für den Planeten und das Wohl des Planeten einsetzen. Aber es ist eigentlich ein knallharter Klassenkampf von oben. Ganz krasses Elitenprogramm, was über diesen Vektor durchgesetzt werden soll. Und was infolgedessen an politischen Entscheidungen getroffen wird, zählt ja ganz klar ab darauf. Die Industrie soll ja abwandern. Ja, ja, das geben wir alle ruhig zu. Ja, ja, die Wirtschaft soll weniger werden in Deutschland. Und das ist genau, ja, schrumpfen. Das wurde ja auch schon vor vielen Jahren in der Öko. Oh Gott, dass ich mir mal was anhöre, wo jemand sagt, Klassenkampf von oben. Es ist ganz klar, Klassenkampf von oben. Ja, Mann. Ja, Mann. Bewegung langsam eingefädelt. Meine erste Degrowth-Konferenz beispielsweise. Vor ein paar Jahren fing das dann so an mit, ja, ja, gesund schrumpfen und so. Das geht praktisch mit diesem Wachstumsmodell nicht mehr weiter. Also das wurde auch schon lange in die Köpfe implantiert, dass das sozusagen, dass der Weg ist, dass wir irgendwie runter müssen insgesamt, ne? Dass es so nicht weitergehen kann mit unserem Lebensstandard. Und ja, ich nehme das wahr, dass es ein Angriff ist, der in Deutschland gut funktioniert, wegen unserer kollektiven Mentalität, die wir so haben. Aber es hat ganz handfeste Gründe, warum das geschieht. Die Frage ist ja nur, dieser Angriff, der jetzt, so wie ich es jetzt verstanden habe, aus deiner Sicht von außen kommt. Kann man über die Finanznetzwerke Eileen Getty und Climate Emergency Fund. Traurig, wie man sich über solche rare Aussagen mittlerweile freuen muss. Was geht? Das kommt immer öfter vor. Das kommt einfach immer, immer, immer öfter vor. Und das ist eine gute Sache, Mann. Das ist eine super Sache. Wir sind, wir werden immer mehr. Und so weiter alles nachweisen, was es geht. Ja, aber ich meine, mit, ich würde sagen, mit der Regierung, die wir haben, auch mit den Vertretern der Grünen zum Beispiel, finde ich nicht, dass der Angriff nur von außen kommt. Also ich würde sagen, dass die das ja unterstützen. Und Leute in Deutschland haben das ja auch gewählt. Das muss man ja auch mal festhalten. Natürlich könnte man sagen, Mehrheiten könnten auch anderweitig zustande kommen. Okay, aber eben diese linke Mehrheit, die wir haben, gut, die FDP kann man jetzt mal ein bisschen ignorieren, aber die ist ja auch einfach da im Land. Und ob die jetzt dahin gescheupt wurde oder nicht, wenn man jetzt daran glaubt, dass der Mensch auch irgendwie, irgendwie freie Entscheidungen trifft und eben auch an dem Tag, wo er sein Kreuz ...Völker hört, die Velázquez ... ... und auch dann die Entscheidungen mitträgt, dann sieht man ja doch durchaus, dass zumindest zu dem Zeitpunkt eine gewisse Mehrheit irgendwie dafür einsteht oder nicht. Oh ja, und solche Begriffe bei der libertären Jasmin Kossobeck, absolut, absolut, so wichtig. Naja, ein wichtiger Punkt ist ja die Entwicklung der grünen Partei. Also die war im Prinzip ja vor 20 Jahren auch noch eine ganz andere Partei als jetzt. Ja, aber sie ist heute das, was sie ist. Naja, aber die ist jetzt ja nicht aus sich selbst heraus das, was sie ist, sondern sie wurde ja ganz, ganz klar in transatlantische ... Also ich würde sagen, die grüne Partei ist im Prinzip wie der Council on Foreign Relations. Das ist im Prinzip eine Außenstelle der amerikanischen Außenpolitik. Jetzt wieder. Unter Merkel war es was anderes. Also das heißt, die Scholzsche Zeitenwende hat schon durchaus so seinen Sinn. Aber auch wenn das so ist, und ich würde dem gar nicht so sehr widersprechen, ich kenne jetzt die Details da nicht so gut, aber auch wenn das so ist, dann bleibt trotzdem festzuhalten, dass diejenigen ... Ah, das ist mehr ist klar, Anti-LGBTQ, ah, okay, okay, alles klar. Okay, dann ist sie nicht wie Wagenknecht, dann sind es keine Genossen. ... die grünen wählen, und das sind übrigens circa 14 Prozent, und das sind weiterhin 14 Prozent, auch heute, wenn du diese ganzen Wahlumfragen, wenn du den Glauben schenken kannst. Aber sind sie gegen LGBTQ, oder sind sie gegen die gewisse Forme des Aktivismus? Das ist ein Riesenunterschied. Die haben da ihr Wähler, und die finden es gut, was da passiert. Das muss man doch auch erst mal ... Nee, die wissen nicht, was da passiert. Das ist der Punkt. Die wissen nicht, was da ... Ja, ja, aber was auch immer. Wer weiß denn Bescheid über Agenda 21 oder Agenda 2030? Ja, aber vielleicht ist das auch egal, weil bei denen ist ... Wenn ich jetzt mir manchmal so die Leute so anhöre in den Talkrunden, jetzt habe ich jüngst, war Sarah Wagenknecht wieder bei Lanz, und dann saß neben ihr diese Militärexpertin, die für die NATO arbeitet, die Florence Gauck. Ja, ja. Und wenn ich dann ... Du weißt, von wem ich spreche, ja? Wenn ich ihr dann so zuhöre, die findet das vollkommen in Ordnung, was da passiert. Es mag ja sein, dass sie nicht über jedes Detail Bescheid weiß, aber sie sagt ihnen auch, ja, wir müssen in die Zukunft ... Die wissen über alles Bescheid. Also diese Unschuldsvermutung für diese Leute, die im System mitspielen, ist einfach nur lost. Sie spricht von Nato Lea. Das ist einfach vollkommen lost, zu glauben, dass diese Leute nicht wissen, was sie tun. Auch so eine Baerbock oder so, diese Leute, die wissen das alles. Also wenn sie nicht wissen, was sie tun, dann ... Ey, das gibt es ja nicht. Das ist Wahnsinn. Auch die Florence Gauck, glaubst du, die hätte ihre Position, wenn sie nicht ganz genau wüsste, was sie tut? Das gibt es doch nicht. Natürlich wissen sie das. Wer hat das gesagt? Ich glaube, Michael Parenti hat das gesagt. Er hat gesagt, denen eine Unschuldsvermutung irgendwie so hinzustellen und vorzuschießen und einfach zu sagen, ja, die wissen es halt nicht besser. Scheiß, wissen sie es nicht besser. Das ist einfach Klassenkampf von oben, das machen sie absichtlich. Das ist Wahnsinn, ja. Hast du wirklich heute gesehen? Bervo, Cundelo, Mast. Nein, ich habe gesehen, dass das veröffentlicht hat, aber ich habe keine Zeit gehabt, leider. Und die mussten wir gestalten und die ganzen Leute haben ja nur Angst und sie machen ihnen ... Ich war Sport machen. ... in Angst, ne? Also so hat sie, ich weiß, das ist jetzt sehr reduziert wiedergegeben. Aber ich finde das ... Ich habe, weil du sagst, wann Aya versus Natoly im Cage-Match mit Leiter. Aber das Lustige ist, ich habe gesehen, wie sie die Ulrike Gerot zerfleischt hat. Aber ich habe es nicht ganz gesehen. Ich muss mir das nochmal anschauen. Siehst du, das ist gut für Watch Later. Wie heißt das? Das ist schon alles in Ordnung. Ja, aber nur so funktioniert es doch. Nur so funktioniert es doch. Also du brütest dir im Prinzip über Jahrzehnte. Das sind alles Langzeitprojekte. Charaktere heran, die so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Frau Baerbock ist ein perfektes Beispiel dafür. Also das ist jemand, der funktioniert. Sie funktioniert im Äußeren. Sie sieht gut aus. Man kann sie gut vor eine Kamera stellen und so weiter. Die spült ihren Text. Funktioniert sie wirklich? Mal so, mal so ab. Aber besser, sie kapiert auch nicht zu viel von dem, was sie da erzählt. Aber sie ist durch und durch ein Elitenprojekt. Aber dann sagst du ja, dass sie intellektuell ein bisschen minder bemittelt ist. Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass sie glaubt, was Gutes zu tun. Aber dass ja viele sehr intelligente Menschen damit getäuscht werden. Also das möchte ich damit nicht sagen. Ich kaufe diesen Menschen auch ab, dass sie gerade glauben, das Projekt ihres Lebens zu fahren, um den Planeten zu retten. Also dass Frau Baerbock und Herr Habeck gerade glauben, dass sie eigentlich Deutschland vor sich selbst retten. Ja, dass die und das... Also für so verloren halte ich sie wirklich nicht. Also dass die da das alles abziehen, was sie abziehen und dass sie dann dastehen und einfach sagen so, ja, naja, weißt du, in Wirklichkeit tue ich was Gutes, das glaube ich nicht. Ich glaube, also vielleicht denken sie, dass sie was Notwendiges tun. Aber was Gutes kann ich mir nicht vorstellen. Dass sie was Notwendiges tun im Sinne von, und alles andere wäre eine noch größere Katastrophe. Ich muss halt mitspielen. Was soll ich machen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist aber praktisch eine Elitenideologie, die du über Ausbildung, über dann die entsprechenden Schulen... Frau Baerbock ist ja auch Young Global Leader und zwar dann noch in der Ausbildung. Sie ist ja noch in der Ausbildung. Ja komm, du kannst nicht so tief in diesem ganzen Scheiß drinnen sein und dann einfach nichts wissen. Das ist ja unfassbar. Das geht ja nicht. ...herangezogen und sind dann in dieser Karriereleiter, in diesem Pfad drin. Frau Lang ist da auch mit drin und so. Also da weißt du schon ungefähr... Frau Baerbock ist auch ein Young Global Leader. Nein, nein, nein. Die ist in diesem Karriere-Panel. Ah, okay. Also sie hat das richtige Mindset. Sie kennt ihren Text. Sie soll das und das sagen. Sie wird auch davon nicht abweichen. Man weiß doch ganz genau, wie diese Leute funktionieren. Also irgendwann gibt es halt Persönlichkeitsprofile, die wissen sehr gut Bescheid, was so das Weltbild ist dieser Leute. Und innerhalb dieses Weltbilds sollten die ja natürlich auch überzeugend agieren. Aber es werden ja viele damit gepseilt, beispielsweise zu glauben, dass die Sustainable Development Goals was Gutes sind. Und unser aktueller Koalitionsvertrag ist in meinen Augen eine Copypasta von Agenda 2030, die wiederum aufbaut auf Agenda 21. Wenn man die entsprechenden Buzzwords lesen kann, also in diesen Dokumenten, wieder erkennt, ah, das ist Goal Nummer so und so. Und das soll... Korsubek denkt sich so, Urschwurbler, den habe ich eingeladen, was geht. ...dahlen führen und das passiert deshalb. Dann erkennt man, dass dieses ganze Schriftstück eine Copypasta einer internationalen Agenda ist, die nur regionalisiert wurde für den deutschen Kontext. Aber das passiert in allen Ländern. Also es gibt überall Regionalisierungsagenten der großen globalen Agenda, die in das Nationale eingespeist werden sollen, sodass die Leute glauben, es ist ihr eigenes, es ist ihre nationale Politik, das ist hier in einem demokratischen Prozess herausgearbeitet worden. Nennt man Delphi-Technik. Also dass die Leute glauben, ja, es ist unseres, wir haben das hier demokratisch selber erarbeitet. Aber das Ergebnis steht vorher fest und um zum Ergebnis hinzuführen, tust du ein gewisses Meinungsspektrum im öffentlichen Raum akzeptieren und ein gewisses anderes ausschließen. Das ist im Prinzip, so macht man das. Also genau wie jetzt letzte Generation, da hatte ich das gut an diesem Beispiel, konnte ich das gut aufzeigen. Das ist auch, was Norman Chomsky gesagt hat. Du lässt einen gewissen Bereich frei, wo man komplett frei darüber reden kann, wo man sich innerhalb streiten und widersprechen kann, wo alle möglichen Meinungen zugelassen sind. Ja, so simulierst du, dass du eigentlich eine freie, meinungsoffene Demokratie bist. Aber die anderen Bereiche, um die es wirklich geht, über die darfst du nicht reden. Ja, über die darfst du nicht reden. Die sind verboten, diskutiert zu werden. Und sobald du da ausschlägst, wirst du einfach fertig gemacht, gesellschaftlich. Wirst du einfach fertig gemacht. Und solange der Streit, innerhalb soll es sogar lebhaft sein, weil dann du das Gefühl hast, du darfst dir alles sagen, was du möchtest. Es gibt dir überhaupt kein Ding. Man redet ja jetzt nicht mehr darüber, in welcher Form soll Klimaschutz geschehen. Ist Klimaschutz jetzt überhaupt sicher sinnvoll oder sind Klimaanpassungen sinnvoller? Darüber wird ja nicht mehr geredet, sondern es wird nur noch darüber geredet, okay, über das Ziel sind wir uns ja einig. Es geht jetzt nur noch darum, finden wir diesen Aktivismus, zielführend oder nicht. Das heißt, das ganze Spektrum der Debatte hat sich verschoben, nur noch hin auf die, also was eigentlich ein kleiner Ausschnitt ist, nur noch diese Frage, finden wir diesen Aktivismus gut oder schlecht? Aber es ist vollkommen aus der Debatte raus, also selbst wenn es davon überzeugt ist, sind riesige Infrastrukturprojekte der richtige Weg, wo Geld aus dem deutschen Steuersystem rausgezogen wird und amerikanische Investoren geht, die die ganzen Firmen aufgekauft haben. Ist das der richtige Weg? Oder sollten wir vielleicht dann Deiche bauen oder irgendwie Regionen auf resilientere Pflanzen umstellen, die dann irgendwie Dürre besser überstehen? Also man könnte ja viele Wege gehen, aber es wird ein Paket verkauft, für das diese grüne Partei steht, wofür sie ihre Netzwerke auch hat im Hintergrund, dass sie einen Tüten möchte für diese Netzwerke und es ist sozusagen ein alternatives Gesamtpaket, was als Lösungsvorschlag präsentiert wird. Aber die Frage ist halt weg von diesem, was wollen wir überhaupt? Die Grundsatzfragen, die gelten als geklärt. Genau. Weil eben ein Konsens besteht, auch unter den Wissenschaftlern, das weißt du ja auch, 98 Prozent finden das so. Naja, und so. Diese Zahl ist ja lustig zustande gekommen. Ja, aber auf jeden Fall, man sagt, die Grundsatzthemen sind geklärt. Wir wissen, wir sind in einer Notsituation. We are in a era of boiling oder was? Wir kochen, sagte doch der Guterres. Ja, genau. Aber das ist ja der Grund, warum man sich über diese Themen unterhält, also Protestformen, weil wir sind uns ja alle einig, wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Genau. Und da gibt es dann nur noch die Abstufung, viel Klimaschutz, wenig Klimaschutz, Pariseinkommen einhalten oder doch ein bisschen verfehlen, strengeren Klimaschutz mit weniger Bürgerrechten oder doch noch ein bisschen mehr Bürgerrechte zulassen. Also das ist jetzt das Spektrum der Debatte. In Deutschland, wohl bemerkt. Ja, also wahrscheinlich ist es woanders noch nicht so hardcore auf diese eine Option zugeschnitten wie hier. Was sagst du denn heute zu diesem Thema, wenn du das mal kurz zusammenfassen kannst? Also sagst du, man muss das Klima schützen. Ich bezeichne mich im Hinblick auf die Klimafrage als agnostisch, weil ich einfach keine Klimawissenschaftlerin bin, weil ich das nicht einschätzen kann. Aber ich beobachte, dass genau das gleiche passiert wie bei Corona, dass man halt das Spektrum an Wissenschaftlern nicht mehr zulässt, die unterschiedliche Sachen dazu sagen. Und das alleine macht mich misstrauisch und gleichzeitig geht es hier um so umweltgroße, Umwälzungen, Veränderungen, die einfach auch viel Geld kosten werden, jeden Einzelnen, dass in diesem, also wenn man es mit so einem Mammutprojekt zu tun hat, wie es ja anvisiert wird, was den ganzen Planeten betrifft, müsste eigentlich damit ein radikaler Demokratisierungsvorstoß einhergehen. Nämlich, dass man sagt, okay, das betrifft uns alle, das wird uns alle viel Geld kosten, es muss gemeinsam getan werden. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir alle mitnehmen und sagen, okay, Bürgerpanels, mehr Volksentscheide, mehr Regionalisierung, die Region entscheidet das für sich so, die entscheidet das für sich so. Aber dafür ist ja keine Zeit. Genau. Genau, dafür ist ja keine Zeit. Genau, das ist ja der Punkt. Das ist die Dringlichkeit. Das ist nicht der Punkt. Das ist genug. Warum soll keine Zeit dafür sein? Natürlich ist Zeit genug da. Das ist ja immer dieses, ach, dafür haben wir keine Zeit. Natürlich haben wir. Weil, tut mir leid, aber dass wir alle miteinander entscheiden, wo ist der Unterschied? So, wenn, wenn, wenn einer für uns alle alles entscheidet, verstehe ich ja nicht. So, was für eine Zeit brauchst du? Dringlichkeit. Aber das ist ja bei allen diesen Themen, also man sagt ja immer, wer, wer Hektik macht, der hat keinen klaren Kopf. Und es ist ja komisch, dass man hier ausgerechnet, wo es um so ein wichtiges Thema geht, keinen klaren Kopf haben soll, weil dafür angeblich keine Zeit sein soll. Und das, wenn in diesem Moment so eine freie Debatte zugelassen werden würde und man mehr Demokratisierung einführen würde, im Sinne von, Leute, wir müssen alle mitnehmen, wir müssen alle an einem Strang ziehen, wir müssen auch die, die jetzt noch Zweifel haben und so gut hören, auf jeden Fall auch mit in die Debatte einbeziehen und so weiter, dann möchte ich gerne Demokratisierungsvorschlüsse sehen. Das passiert nicht. Wir nehmen uns ja nicht mal ein Beispiel an der Schweiz. Und das macht mich einfach so wahnsinnig misstrauisch. Das heißt, ich habe gar kein abschließendes Urteil über die Klimafrage. Ich glaube auch, das Klima wandelt sich. Die Frage ist halt, ob es diese existenzielle Bedrohung für die Menschheit... Die Frage ist nicht, ob sich Klima wandelt oder nicht. Die Frage ist nicht, ob es eine Pandemie gibt oder nicht. Die Frage ist, wer das für sich, warum, wie ausnützt. Das ist die einzige Frage, die interessant ist. Wie werden die da oben das dafür ausnützen, uns noch mehr unten zu halten? Also sprich, wie wird das für den Klassenkampf verwendet werden? Das ist die einzige Frage, die interessant ist. Das ist die einzige Frage, die eigentlich in Wirklichkeit eine Rolle spielt. Alle anderen Fragen sind zweitrangig. Ja? Bees Entertainment, hier hast du den Link, ja, und die anderen auch. Hier habt ihr den Link zu dem Ding. Ob Anpassungen der richtige Weg sind? Ja, genau. Wer entscheidet, wie gefährlich es ist und welche Maßnahmen geboten werden? Wer entscheidet, wer wann, wo, wie, was tun soll? Wer was bekommt, wer was nicht bekommt, wie etwas umgesetzt wird, wer mitreden darf, wer nicht, welche Meinungen erlaubt sind, welche nicht. Das sind die Fragen, die interessant sind. Aber das sind die Fragen, über die man nicht reden darf. Weil sobald du diese Frage dir stellst, bist du ein Schwurbler. Sobald du dir diese Frage stellst, bist du einfach ein Verschwörungstheoretiker. Sobald du diese Frage stellst, bist du rechts oder ähnliches. Ja? Weil, wieso stellst du Fragen? Es ist halt Wahnsinn. Und das wird sie jetzt eigentlich ganz gut erklären, wo sie erklärt, was links und rechts eigentlich bedeutet. Wenn tatsächlich irgendwas überflutet ist, wo es vorher nicht überflutet, wäre vielleicht tatsächlich da, ich baue mal eine ganz interessante Idee. Und ich möchte einfach, dass eine offene Debatte stattfindet und eine demokratische Entscheidungsfindung. Und momentan ist hier sozusagen... Ich finde die Frau irgendwie ziemlich dumm. Warum? Ich meine, ja, Kapitalisten benutzen jede Krise. Dass die Krise aber existiert, ist ja schwer bestreitbar. Ja, aber was interessiert uns die Krise, wenn wir nicht mitbestimmen können? Weißt du, was ich meine? Inwiefern ist es für mich relevant, zu wissen, dass es eine Krise gibt, wenn ich sowieso nicht mitbestimmen darf? Sollte ich mich dann nicht darum kümmern, dass ich zuerst mitbestimmen darf? Und wenn ich mitbestimmen darf, dann können wir darüber reden, was die Krise ist. Und ja, weißt du, was ich meine? Das ist das Problem. Alles, was uns als Lösung verkauft wird, ist ja immer praktisch Global Governance. Sowohl bei Corona, als auch bei Klima. Also nur noch eine globale Elite, ein Konglomerat, als Big Tech, Big Pharma, Big Finance, kann uns noch... Uff, und militärisch, industrieller Komplex, bitte. ... ... ... lose Vorschlag, dass uns die da oben retten, liegt für mich stark nach Neo-Feudalismus. Das ist nicht das, wo wir als Demokratie mal hinwollten. Und der Zweck heiligt nicht alle Mittel, in meinen Augen. Absolut. Hatte Alex Jones also doch recht mit seiner Weltregierung? Er predigt ja sowas schon seit Jahrzehnten, würde ich sagen. Alex Jones hatte in... Das ist eine dumme Frage. ...doch einigen Punkten recht. Ich halte ihn auch in einigen Punkten für versponnen, aber es ist... Der war auf jeden Fall immer schon auch ein Kanal für... Nein, der ist ja vollkommen verwirrt. Alex Jones ist vollkommen lost. Alex Jones wird ihr gleich erklären, einfach so, ja, die wollen eine Weltregierung, die Kommunisten wollen eine Weltregierung, wir brauchen einfach mehr Kapitalismus, dann wird alles gut laufen. So, pff, was, Bro, was? Wer ist gerade an der Macht, Kapitalisten oder Kommunisten? Also, Kommunisten. Ja, okay. Was soll ich dazu sagen? Gewisse Einsichten, ich folge Ihnen jetzt nicht so akut, aber damit hat er auf jeden Fall recht. das ist, das kann man ja beobachten. Alles, was... Er ist Profeudalkapitalisten im Endeffekt, ja. Ich nenne das Kapitalfeudalismus, was ihn Neofeudalismus nennt. der, Varoufakis nennt das Technofeudalismus. Jeder hat irgendwie ein bisschen einen anderen Begriff dafür, aber für uns alle ist es klar, dass es Feudalismus ist, der gerade aufgebaut werden soll. Ja. Das ist uns allen klar. Die Frage ist halt, auf was du Fokus legst. Ich glaube, es wird Neo sein, es wird Techno sein und es wird kapitalistisch sein. Das können wir ja sagen. Wir haben alle drei sicher recht mit dem. Die Frage ist nur halt, auf was dein Fokus ist. Gerade passiert eine Konglomeratbildung. Also, die EU ist ja schon eine Konglomeratbildung. Also, auch die war ja schon der Versuch, im Prinzip, größere Wirtschafts- und Verwaltungsstrukturen zu schaffen. Also, eine größere Einheit, die sich schon mal top down ein bisschen leichter kontrollieren lässt. Auch immer mehr in Richtung Vereinheitlichung innerhalb der EU. Das macht es natürlich für Banken und Regierungen und Konzerne viel einfacher, irgendwo Policies und Sachen zu implementieren. Klar, die mögen das. Das ist nicht gut für die Leute, weil du wirst ja im Prinzip Spielball in diesem, so ein großer Wirtschaftsraum, Waren, Dienstleistung, alles kann fluktuieren, aber ja, Menschen auch. Menschen können auch wie ein Spielball behandelt werden und nach da und dort geschickt werden. Und das ist ja nicht unbedingt besser für die Leute. Da fällt ja auch ein Schutz weg. Und Klima war auch eine globale Policy. Die BRICS sind auch der Versuch, einen größeren Verwaltungsraum einzuführen. Aber könnte ja doch ein Konkurrenzmodell sein. Naja, aber nicht, wenn sie die gleiche, glaube ich da gesagt, Scheiße machen wie auf der anderen Seite auch. Ich sehe da kein Gegenmodell. Ein Gegenmodell wäre, dass man sich ideologisch abgrenzt und sagt, aber würde das nicht automatisch... Sehr based, sehr based. Das ist genau das, was man sagt. Russland ist nicht die Lösung gegen die USA. Es ist der gleiche Scheiß, nur in einer anderen Verpackung. Es ist dramatisch passieren, wenn du Russland, China, Indien zusammen hast. Die ticken ja doch ein bisschen anders als der Westen in bestimmten Themen. Ja, aber es gibt handfeste Facts wie zum Beispiel eine gemeinsame Zentralbankwährung. Das ist im Prinzip ja eine Vorstufe für Global Governance. Aber ich glaube nicht, dass die, ich glaube, die wollen eine andere Leitwährung, weil sie sich vom Dollar abkoppeln wollen. Aber dass die jetzt gemeinsam... Central Bank Digital Currency, das ist ja das, was hier auch auf uns zukommt und da hast du dann ja im Prinzip totale Kontrolle. Und wenn, das meine ich, wenn die jetzt sagen würden als Bricks Block, nö, Central Bank Digital Currency ist ja irgendwie, das macht der Westen und die, aber es ist ja kein Gegenmodell. Es ist ideologisch kein Gegenmodell. Ich kann in dem Zusammenhang nochmal den Tom Oliver Regenauer Artikel empfehlen, den letzten, den er geschrieben hat. Ja genau, es ist im Endeffekt Kapitalismus. Es ist in jedem Fall Kapitalismus und in jedem Fall Klassenkampf von oben. Da wird das ganz, ganz gut deutlich. Hat das gut aufgehört, röselt, warum die Bricks kein Gegenmodell sind. Und die Sache ist noch, worauf ich hinauskommen wollte, die UN, die ist im Prinzip letztendlich der Regenschirm, der das alles umfasst. Trotz dieser angeblichen Systemkonflikte. Im UN-Sicherheitsrat sitzen sie alle, in den ganzen UN-Gremien sitzen sie alle und es wird jetzt so getan, als würde die UN schwächeln, aber das ist ja nicht der Fall, weil letztendlich die Große Hat die UN wirklich irgendeinen scheiß Anfluss? Ich habe das Gefühl, die UN ist einfach so ein moralisches Pseudoprojekt, das einfach eigentlich überhaupt keine reale Relevanz hat in der Politik. Große Agenda fürs 21. Jahrhundert, Agenda 21, ist eingetütet. Also die ist längst regionalisiert und in nationalen Policies aufgegangen und dann ist es auch völlig egal, wenn die UN als Organisation schwächelt, was auch immer das heißen soll, weil die Meta-Agenda läuft. Aber glaubst du wirklich, dass alles immer so umsetzbar ist, wie Sie sich das vorstellen? Okay, also auch diese Klaus-Schwabsche Dystopie oder Utopie? Ich möchte auch kein Fear-Porning verbreiten, auch gar nicht, das ist nicht mein Anliegen, sondern es geht... Ehrlich gesagt, ich glaube schon ein bisschen, dass das umsetzbar ist und dass Sie es auch umsetzen werden. Warum auch nicht? Die Frage ist nur, in welcher Form und wer darf dann oben sitzen? Das ist die Frage. Aber dass Sie es umsetzen werden, ist klar. Was sollen wir schon dagegen machen? Schau uns an. Wir sind vollkommen lost. Wir sind einfach fucking das Losteste, was existiert. Statt dass wir uns vereinen und alle miteinander an einem Strang ziehen und uns das nicht gefallen lassen von oben, hauen wir uns gegenseitig in die Fresse. Ich meine, komm schon. Mehr so um eine Gewahrwerdung, in welchem Machtfeld wir uns hier bewegen und was sind auch die möglichen Angriffsvektoren? Was sind denn deine Katastrophenfantasien? Wovor hast du Angst? Also ich finde ehrlich gesagt, dass Corona schon einen ganz guten Vorgeschmack geboten hat auf eine mögliche Dystopie, weil es hatte ja Orwelleske Züge. Also Tanzverbot. Das war für mich der Punkt, wo ich sagte, okay, 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 jetzt wird es gerade absurd. Orwelleske. Weil das wird auf jeden Karfreitag bekommt diese Debatte doch auch so punktuell an diesem Tag. Auch ein Thema. Karfreitag, dass man da nicht tanzen darf? Sagt die katholische Kirche. Ja, weil Jesus ist ja da gestorben und man darf auch kein Fleisch essen und so weiter. Ja, aber gut, das ist ja eine religiöse Debatte, aber wir haben ja jetzt praktisch in der säkularisierten Welt dann auf einmal quasi religiöses Verhalten gehabt und quasi religiöse kultische Vorgaben. Aber es hat ja auch so einen ganz krassen Stanzverbot, Alter. Also wenn man sich so praktisch alle Dystopienfilme übereinander legt, dann muss man sagen, das Corona-Regime hatte von allem etwas. Ja, so ein bisschen Best-of. Maskierte Gesichter, die Individualität des Menschen weggenommen, Medienzensur, Biotechnologien, experimentelle Substanzen, die den Leuten gegen ihren Willen aufgedrängt werden, gespaltene Gesellschaft, Ausschluss aus dem sozialen Leben für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe. Also how more dystopian can it get? Das hatte ja schon praktisch den Vorgeschmack von allem, nur man hatte das Gefühl, okay, es ist halt auf drei Jahre oder auf so einem Zyklus. Und es war mal mehr, mal weniger und so weiter. Aber wenn man so ein bisschen sensibel... Ich finde das extrem, wie sich die Kosobe Kunwoll fühlt. Merkt ihr das? Sie hat so irgendwie so ein... Ein bisschen ist sie irgendwie so genervt oder so gepusht von ihr. Das finde ich cool. Es ist auch, sage ich mal, ästhetisch sensibel. Dann hat man schon einen Geschmack dafür bekommen, wie so eine Dystopie, wenn sie sich dann verstetigt aussehen könnte. Und das ist durchaus funktioniert, dass die Leute dann da mitmachen. In Deutschland hat man es ganz gut gemerkt, wenn man mal... Ich war da jetzt nicht so forsch, aber es gibt ja Leute, die sich dann mal ohne Maske irgendwo hingetraut haben. Ich habe in meinem eigenen Supermarkt gesehen, wie eine Frau da praktisch fast rausgeprügelt wurde. Die hinterfragt ihr eigenes Weltbild. Ich glaube, sie verteidigt in ihrem Kopf ihr Weltbild gegen die Eindringversuche von der Aya. Securities, weil sie keine Maske hatte bei mir im schönen gediegenen Zillendorf. Also die Fearness der Zivilisation ist ja dünn und das merkt man in solchen Momenten dann immer. Fischstrutenglis. Dass das schon funktionieren würde. Und das hat mir auch aus einer ästhetischen Perspektive die letzten drei Jahre sehr viel Angst gemacht. Und eine Dystopie ist für mich eine Welt, in dem diese Art von Werteverletzungen, also dass du im Prinzip die persönlichen Grenzen des Individuums ständig systematisch überschreitest, das auch legitimiert ist. Das ist okay, das darf man so machen. Alte dürfen alleine Kinder sterben, Kinder darf man acht Stunden am Tag maskieren, das war alles zu eurem Besten. Also eine Gesellschaft, wo das der normale Modus operandi wird und das dann aber gleichzeitig global vereinheitlicht, ohne Schlupflöcher. Mit einer globalen Armee, die das dann durchsetzt oder einer globalen Polizei oder whatever, der Global Governance und dann am besten noch im Freisepass CBDCs on top und am besten die Leute schön noch alle in den Ballungsgebieten gestapelt und die Natur von Menschen befreit. Also letztendlich all das, was auf uns zukommt, wäre für mich eine Vorstellung eine Dystopie. Deshalb hat es für mich auch den Reiz dagegen zu kämpfen, weil die Frage, also ich glaube, darauf weit wird noch hinaus das Thema rechts und links. was für mich das... Oh, 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 ich möchte das nur, bevor wir dazukommen. Das ist so ein unfassbares Geschwurbel von der, die macht den Leuten Angst, wer wurde gegen seinen Willen mit experimenteller Medizin behandelt. Ich glaube, was sie sagen will, ist die Leute, die gegen ihren Willen geimpft wurden und die, um ihren Job zu erhalten, geimpft werden mussten. Also die gezwungen waren wegen Joberhalt oder was auch immer geimpft zu werden. gedrängt hat sie gesagt. Ja, okay, gut. Krankenpfleger wie ich siehst du zum Beispiel. Ja, wie auch immer. Also sowas meint sie, danke ich. Und das ist kein Geschwurbel, das... Stimmt ja schon. Es hat dich niemand gezwungen, dich impfen zu lassen, das stimmt ja schon. Es hat dich niemand... Gesundheitssystem und Bundeswehr, ja, ja, ja. Es hat dich ja niemand eigentlich gezwungen, dass du dich impfen lässt. Aber man hat dir halt in Aussicht gestellt, dass du halt dann keine Kohle mehr hast, weil du deinen Job verlierst. Und den Job zu verlieren im Kapitalismus ist praktisch ein extremer Zwang. Also kein Geld haben im Kapitalismus ist Zwang praktisch. Also kein direkter Zwang, aber es ist eigentlich ziemlich hoher Druck. Was es heutzutage bedeutet, der Kampf gegen rechts ist für mich der Kampf gegen oben. Also den Klassenkampf von oben. Und alle Begriffe sind ja heutzutage so verdreht. Also das, was uns... Die schaut pro Letopia. linksverkauft wird, die linken Blockflötenparteien im Bundestag von Grün, SPD und FDP, die jetzt momentan zusammen regieren. Aber die CDU ist ja auch schon eine halbe Blockflöte, die zu den Linken gehört. Ich nenne sie immer die Pseudolinken. Das ist ja alles nicht mehr wirklich links, wenn die globalistische Policies vertreiben. Also wenn Elemente dieser Meta-Agenten in ihrem eigenen Koalitionsvertrag drin sind, die aber globalistische Interessen sind, das ist nicht links. Das wird uns verkauft als Pseudolinks. Und die Linken sollten mit aber es ist nicht links. Und für mich ist der Kampf gegen Klassenkampf von oben ein ganz originärer linker Kampf. Du hast ja auch nichts hinzuzufügen, außer Based. Absolut genau das ist es. Klassenkampf von oben ist rechts, Klassenkampf von unten gegen oben ist links, fertig. Dazwischen verloren sein und dem Klassenkampf von oben nach unten dienen, bist du Pseudo. Easy. It's fucking as easy as that. Es ist ganz, ganz, es gibt keine Mitte, es gibt nur Pseudo. Und die hat doch hier gelauscht und verkauft das jetzt als ihre Idee. Wir haben uns tatsächlich mal auf Twitter geschrieben, privat, weil sie hat da mal etwas, weil ich folge ihr und schaue mir ihre Tweets an und einmal hat sie bei einem Tweet etwas gesagt, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum sie das gesagt hat. Und dann habe ich ihr privat geschrieben, wollte ich ihr nicht auf Twitter schreiben, sondern privat geschrieben, habe ich gesagt, warum sagst du das, wieso glaubst du das, warum stellst du dich in den Schutz von dem, ich frage nur so, ich verstehe es nicht, ich will es nur verstehen. Und da hat sie mir voll nett zurückgeantwortet, hat gesagt, na, ich sehe das so, so, so. Und da habe ich gesagt, ah, okay, gut, ich verstehe deinen Punkt, alles klar, dankeschön. Und das war auch die Konversation zwischen uns, die wir jemals hatten, die einzige. Weil ich wollte es verstehen und ich habe es verstanden. Und ihre Definition von links und rechts ist die einzig akzeptierbare Definition von links und rechts. Das ist, was links und rechts jemals bedeutet hat. Und das wird immer links und rechts bedeuten. Immer. Immer. Solange Klassen existieren, wird das links bedeuten. Und nichts anderes. Und rechts. Naja, beim Thema Prostitution haben wir eine andere Meinung, unterschiedliche Meinung. Wahrscheinlich bei anderen Punkten auch. Ja, ja, stimmt schon. Aber unsere Definition von links ist gleich. Ja. Finde ich super. Hau mal ihren Twitter in den Chat. Ich kann mal nachschauen. Sie heißt einfach Aya Velázquez. Also, aber ich kann Sie hat gesagt, dass du gegen, nein, dass du für den Mainstream kämpfst oder dass du um den Mainstream kämpfst und dass du auch um die Linken kämpfst. Ja, definitiv. Du kämpfst um die Mitte der Gesellschaft. Also, die willst du erreichen. Also, das ist auch eine zentrale... Ja, und auf die war diese, ich sag mal so, dieser Informationskrieg, ich nenne es einen Informationskrieg, der war auf die Linken abgezielt. Also, die waren Opfer dieser, sag ich mal, Hauptpsychop, weil das sieht man ja schon an den Begriffen. Solidarität und mit den Schwächsten sollen wir mitgehen und Mitgefühl haben und so weiter. Empathie und sich an den Schwächsten orientieren. Da kann man es ja ganz klar auf die Linken adressieren. Das ist, das ist absolut, wie man die Linken einfach einfängt. Ist, indem man einfach mit der Moral da. Ich habe euch den Link wieder im Twitter geschickt. Das ist, wie man einfach Linke immer abholt. Man sagt ihnen, man tut das aus guten Gründen. Wenn man ihnen einfach sagt, wie hat man Linke dazu bekommen, dass man einfach zu ihnen sagt, hey, yo, seid für Waffenlieferungen. Hat man gesagt, naja, es dient dem Kampf gegen den Faschismus. Und eigentlich dient es dafür, dass man Frieden erreicht. Ja, der Punkt ist halt, so kannst du Linke erreichen, wenn die Linken dumm sind und glauben, dass man mit Waffen Frieden schafft. Und dann werden sie sagen, aber Moment mal, mit Waffen schafft man doch gar keinen Frieden. Dann kannst du uns einfach so, wie wurde Hitler besiegt? Und dann sagen die so, ah, stimmt. Und dann später, wenn du mit ihnen diskutierst und versuchst, sie von diesem Irrtum zu befreien, sagen sie dir die ganze Zeit, wie wurde Hitler besiegt? Weil sie denken, so habe auch ich es verstanden. Ja, aber du hast nicht verstanden, welche Rolle Blackrock in dieser ganzen Nummer spielt. Gehen wir nochmal auf Start, hol dir 100 Euro beim Durchgehen durch Willkommen und dann reden wir nochmal drüber, was Blackrock in dieser ganzen Nummer spielt. Und dann kannst du dir nochmal überlegen, wie sinnvoll deine Position ist, die du übernommen hast von irgendwelchen Thinktanks, die dich als Linken dafür missbrauchen, ihre rechten Interessen durchzudrücken. Ja, gewesen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass man quasi die Linken ganz dezidiert über dieses Thema Mitgefühl, Solidarität angegriffen hat oder auf Einamt hat. Das heißt, du siehst dann schon einen fundamentalen Unterschied darüber, wie Linke vielleicht durch die Welt gehen und wie Rechte vielleicht. Hey, Monopoly war ein antikapitalistisches Ding, antikapitalistisches Spiel, also was soll's. Durch die Welt gehen. Was darüber, wie Linke vielleicht durch die Welt gehen und wie Rechte vielleicht durch die Welt gehen. Was würdest du sagen, wo ist der Angriffsvektor bei den Rechten? Sind es die Migranten, die Angst davor, vor den Fremden oder so? Du meinst das als Angriffsvektor? Ja, ich meine, weil es ist ja nicht so, als gäbe es in Deutschland nur Linke. Tatsächlich. Aha, darauf hat sie keine Antwort. Würde ich behaupten, auch wenn du jetzt so Wahlumfragen, wenn du den Glauben schenken magst. Deutschland ist relativ konservativ. Ja, sieht man ja. Ja, ja. Ist so jahrzehntelang bräsig in CDU, mal mit Abwechslung kurz, mal ab. Ja, die holst du mit der Angst vor den Pseudolinken ab. Ja, die Linken mobilisierst du im Namen der Moral dafür, dass sie sich für lauter Dinge einsetzen, die ihnen selbst schaden und dann redest du den Rechten ein, dass die Problem, das Problem, die linksgrün versifften sind, die die ganze Zeit den Schaden anrichten. Ja, und dann hast du das. Dann hast du einfach beide gegeneinander ausgespielt. Vor allem, was das Coole ist, du hast sie aneinander gechained. Du hast sie so miteinander gekreuzt, so wie diese gekreuzten Quanten. Kennst du ja den Scheiß? Wenn du sie miteinander kreuzt und dann drehst du den einen, dreht sich der andere mit in Echtzeit. So ist das auch mit dem Pseudolinken und dem Pseudorechten. Verschränkt heißt das. Danke vielmals. Verschränkt. Das heißt, sobald du den einen drehst und ihm was eingibst, ist der andere automatisch dagegen. Und so widersprechen sie sich die ganze Zeit und sind aber ein Element, das sich eigentlich miteinander immer reaktiver hält. Und damit hast du halt die perfekte Spaltung der Gesellschaft in zwei Teile geschafft. Aber beide dienen dir in Wirklichkeit. Weil beide sind ja sehr nützlich, weil keiner von denen sieht dich als Problem. Ja, der sie dreht, actually. Sondern sie sehen immer nur sich gegenseitig als Problem. So, ihre Welt besteht aus ihnen beiden. Die da oben gibt es nicht. Und die da unten eigentlich auch nicht. Und das ist halt das Traurige. Sie sehen den Klassenkampf nicht mehr. Und das ist das, was interessant ist für die Herrschenden. Wenn man schafft, dass die Leute nicht mehr den Klassenkampf sehen. SPD dazwischen und unten ist das hier eigentlich so ein schwerfälliger Koloss, wo sich in Jahrzehnten gar nichts bewegt. In Wähler. Genau. Und deswegen, also wie wäre denn dann der, also wie würdest du denn dann die Rechte so einordnen? Links, rechts ist die Schranke zwischen oben und unten. Nein, Pseudo, links und Pseudo, rechts ist die Schranke zwischen oben und unten oder zwischen rechts und links. Weil deswegen nenne ich sie Pseudo, linke und Pseudo, rechte, weil die echten Rechten und die echten Linken sind unten und oben. Die spielen das Spiel unten gegen oben oder oben gegen unten. Die dazwischen, man kann sie Normies nennen oder irgendwas, sind einfach Pseudos in Wirklichkeit. Aber Normies sind halt die, die nicht wissen, dass sie hier sind. Aber es gibt ja welche, die wissen, dass sie hier sind und dann sind sie auch noch Politfluencer, wie man das nennt, also politische Influencer. So wie die Pseudo-Rechten und die Pseudo-Linken, so wie du einen Kirchow hast oder auf der anderen Seite hast du einen Kasper. Und dann sind sie einfach, beide kämpfen sie einfach einen Kampf und sehen einfach die da oben nicht. Und wenn du sie darauf hinweist, dass es die da oben gibt, dann sagen dir die einen, du meinst Juden? Und die anderen, und es sind nicht die, bei denen man es erwarten würde, dass sie das sagen, sondern es sind die anderen. Und die anderen sagen zu dir so, ja, du schwurbelst. Es sind nicht die, bei denen man erwarten würde, dass sie sagen, du schwurbelst. Ja, ist so. Das ist leider die Realität. Wie meinst du das? Nee, weil wenn du sagst, dass der Angriffsvektor für Linke über Mitgefühl und Solidarität geht. Ich glaube, dass grundsätzlich für diese globalistischen Agenten der Angriffsvektor immer die Linke ist, weil die ja inzwischen in den westlichen Gesellschaften zumindest die politische Mitte, die Mehrheit und das Gute ausmachen. Also ich sehe das persönlich nicht so. Nein, nein, nicht die Linke macht die Mehrheit aus, sondern das Ideal der Linken macht die Mehrheit aus. Weil der Westen hat sich darauf versteift, hat gesagt, wir werden einfach einen, also die Herrschenden haben gesagt, wir werden einfach ein System fahren, wo wir uns an die linke Ideologie, wo wir uns hinter der linken Ideologie verstecken. Während eben, das ist auch verbunden mit der Geschichte des Westens, während im Osten zum Beispiel versteckt man sich hinter zwischen konservativer Ideologie. Dort sagt man hingegen, bei den Russen zum Beispiel, da sagt man hingegen, weil dort hat man eine andere Vergangenheit, dort hat man die Roten an der Macht gehabt, die Stalinisten, ja, und dort sagt man jetzt, naja, wir kehren zurück zu den traditionellen Werten, Familie und Patriarchat, bla bla bla, irgendein Scheiß, ja, aber im Westen hat man eher die Faschisten gehabt, also eher die Rechten mit eben ihren Traditionen und Nationalismus und dem ganzen Scheiß und da sagen sie so, ja, nein, wir sind offen und progressiv und hin und her, ja. Im Endeffekt peitschen sie beide in Wirklichkeit nur übelsten Imperialismus und Kapitalismus voran, in Wirklichkeit peitschen sie beide erbarmungslos gegen uns hier unten, ja, und hauen alles zusammen, was in jedem Weg steht, die einen rechtfertigen das halt mit Nation und Tradition, die anderen mit Nationlosigkeit, Progressivität und Demokratie, ja, und, aber im Endeffekt werfen sie beide Bomben auf arme Menschen, ja. Ich sehe rechts und links als komplementär mit jeweils ihren Eigenschaften, die jeweils ihre Berechtigung haben und auch ihre blinden Flecken, also sowohl Rechte haben ihre linken blinden Flecken, das können dann Linke besser und Linke. Das ergibt dann aber keinen Sinn, dass sie das komplementär sieht, weil dann ist sie nicht für die Überwindung von oben und unten. Dann möchte sie, aber sie hat sich ausgesprochen für die Überwindung von oben und unten, also links, ja, und jetzt aber sagt sie, naja, sowohl rechts wie auch links hat seine Berechtigung. Was heißt das? Das heißt, es gibt eine Berechtigung, dass über uns geherrscht wird. Würde das dann heißen? Ich weiß nicht, für mich hat das keine Berechtigung, dass über uns geherrscht wird. Aber gut, ja, ich finde, wir sollten über uns selbst herrschen oder niemand sollte über uns herrschen. Andersrum mal ihre blinden Flecken und wir haben natürlich auch, das ist jetzt eine sehr, sehr starke Vereinfachung. Rechts und links als politische Gesinnung, finde ich, macht schon Sinn, diese Aufteilung beizubehalten, weil man, weil es eben doch so gewisse, einen gewissen linken oder rechten Habitus gibt, aber der ist ja dann in der Realität nicht so idealtypisch vorhanden, wie man das so skizziert. Ich finde, dass man den durchaus erkennen kann. Vielleicht meint sie Progressivismus und Konservatismus oder vielleicht meint sie Pseudo-linke, Pseudo-rechte, ich weiß nicht, was sie meint, aber die da oben und die da unten sollte es nicht immer geben. Also das macht auch keinen Sinn. Es macht ja auch keinen Sinn. Ich bin links, weil ich dagegen bin, dass es so ist. Ich bin ja links, weil ich dagegen bin, dass es ein oben und ein unten gibt. Das möchte ich nicht. Ich möchte die Klassen nicht mehr haben. Ich möchte nicht, dass andere über andere verfügen und herrschen. Ja, keines Herrn Knecht, ja, das möchte ich nicht. Und für mich hat es keine Berechtigung, dass Rechte über Menschen herrschen. Ich sehe keine Berechtigung darin. Ja genau, ich will nicht beherrscht werden, aber auch nicht über jemand anderes herrschen. Boom, willkommen, du bist links. Das ist der Punkt. Ja, das nennt man Klassenüberwindung. Überwindung der Klassengegensätze. Und ist praktisch die Grundidee von linken Ideologien, also Sozialismus, Kommunismus, Anarchismus, Marxismus, die haben alle diese Idee, also zugrunde. Ist es eine Person an, ob sie eine Rechte oder eine Linkesinnung hat? Also, nicht immer, aber im Durchschnitt. Okay. Und da habe ich eine echt interessante Anekdote. Ich war mal bei einer Lesung eingeladen und da war auch, also Buchvorstellung, ich war bei einer Buchvorstellung eingeladen und da waren unterschiedliche Journalisten im Publikum und dann kam ein Journalist rein und ich so, das ist ein Linker, so ein grüner Linker. Ich wusste es eigentlich. Das war das optische Erscheinungsbild. Ja, es war einfach so, Physiognomie, einfach ob das wieder da reinkam, das Outfit, die Körperhaltung und bei anderen nicht so, eher konservativ. Gäbe es noch eine Regierung, wenn man die Klassen überwindet, theoretisch schon, könnte es geben, solange sie demokratisch komplett legitimiert ist und eigentlich so eine dezentrale Regierung ist, ja klar, natürlich. Solange niemand irgendwie ein Machtmonopol hat oder so, ja klar, könnte es geben, natürlich. Körperhaltung, Kleidung, Habitus, wie der sich so gegeben hat. Genau, demokratisch legitimierte Herrschaft, die jederzeit die Frage gestellt werden kann, wäre okay. Ja, ja, genau, genau, ja, klar. Warum nicht, ja. Und ich so, wie kann ich jetzt meine These bestätigen? Hab ich mir auch gefragt. Und dann sehe ich, er macht seinen Laptop auf, schon mit seinem so grimmigen Blick und das war auch natürlich, war irgendwie so klimakritisch da oder sagen wir mal energiepolitisch kritisch und dann war schon so ein bisschen so Mundwinkel nach unten und hat so durch den Raum geguckt und ich so, wie kann ich das jetzt bestätigen, ja meine These? Ich sehe seinen Namen auf dem Laptop. Mann, ich würde zahlen, dass Jasmin Kostubeck an meinem Gang errät, wo ich politisch stehe. Top, ja, Google und stellt sich heraus, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aber es gibt ja immer so Personen, Also kurz gesagt, ein Lib, also kurz gesagt, ein Pseudolinker, ja. Die sehr archetypisch sind. Ja, genau, aber das war für mich nur wieder so ein Moment, wo ich gesagt, wo ich mir gedacht habe, ja, man kann es tatsächlich erkennen. Nicht immer, na selbstverständlich nicht, aber immer öfters. Naja, aber das ist jetzt, sage ich mal, schon ein idealtypisches Exemplar gewesen. Aber wenn du jetzt mal guckst in der ganzen Widerstandsbewegung, also A, es gibt ja ganz viele Leute, die sind weder rechts noch links, dann heißt es heutzutage immer, ja, dann bist du rechts. Das ist richtig, ja. Wenn du diesen Spruch bringst, du bist weder rechts noch links, dann bist du rechts, automatisch. Ich glaube, das System... Ich glaube, dass diese Leute, die sagen, ich bin weder links noch rechts, eine sehr große Chance haben, um links zu sein. Aber nicht rechts, sondern ich bin weder links noch rechts. Das bedeutet eigentlich für mich so, ich habe keinen Bock auf dieses Pseudo links und Pseudo rechts, diesen Bullshit, sondern ich bin eher unten gegen oben. Also kurz gesagt, du bist links, in Wirklichkeit. Kategorien auch, ja. Ja, ich finde, also wir hatten letztens immer eine interessante Diskussion in meiner einen Chatgruppe, dass ich habe diesen Spruch gebracht, für mich findet einfach die große Auseinandersetzung in der Gesellschaft nicht mehr zwischen rechts und links statt, sondern philosophisch betrachtet ist es eigentlich diese Auseinandersetzung zwischen Mündigkeit und Vorherrschaft, also letztendlich die Entmündigung des Individuums, weil man glaubt, der Bürger ist eben nicht mündig oder er trifft nicht selber die besten Entscheidungen und man muss ihn zu den besten Entscheidungen hin-nudgen. Was sich so einfach anhört, ja, wir machen jetzt ein bisschen... Ja, ja, und da darfst du dir die Farbe aussuchen, wer dich da durch die Manege führt. Ein bisschen nudging, wir optimieren immer unsere Governance, aber das ist eigentlich eine fundamentale Abkehr von den Werten der Aufklärung und allem, worauf unsere abendländische Demokratie fußt. Alles, wie unsere Staatenbildung funktioniert hat, alles, was seit der französischen Revolution erarbeitet worden ist, was für uns heute normal erscheint. Wir gehen vom Individuum aus, vom unteilbaren, mündigen Individuum, das übrigens auch medizinfragenmündig ist und wo kein Eingriff passieren darf, ohne der, der einen Dritten nutzt. Und da haben wir die letzten drei Jahre eine fundamentale Abkehr erlebt von der medizinischen Individualethik auf eine Gemeinschaftsethik. Ja, da kamen dann so schöne Neologismen wie Gemeinschaftsschutz, ja, weil es irgendwie schöner klingt als Herdenschutz oder Herdenimmunität, Gemeinschaftsschutz. Ja, das ist im Prinzip, ja, die Abkehr von der Individualethik und damit letztendlich eine Abkehr von den Werten der Aufklärung. Und für mich ist es nicht hinnehmbar, auch für mich die linke Bewegung, wie sie seit Karl Marx besteht, ist eine Bewegung, die immer noch auf der Mündigkeit des Individuums beruht. Ja, aber das ist für dich links. Die Mündigkeit des Individuums. Ich hätte gesagt, das Linke ist auf jeden Fall sehr kollektivistisch. Ja, Jasmin, weil du gebrainwashed wurdest von den Herrschenden. Das ist das scheiß Problem. Deswegen bist du auch für Kapitalismus, obwohl du keine Kapitalistin bist. Oder zumindest nicht so eine relevante Kapitalistin, ja. Das ist das Problem, ja. Dieses Brainwash von den Herrschenden, den man einfach den Menschen angetan hat, so jemand muss herrschen zum Beispiel, ja. Es ist ja zum Beispiel, sehr viele Menschen sind davon überzeugt, so, ja, jemand muss ja herrschen. Es muss ja jemanden geben, der oben ist. Das ist natürlich, das ist Natur. Das ist nicht Natur. Das ist, was man dir eingeredet hat, was Natur ist. Warum sollten dir Herrschende einreden, dass es Natur ist, dass irgendwer herrscht? Hm. Keine Ahnung, weil es sie legitimiert. Ja, das ist das Problem. Und hier ist es auch so, ja. Hier ist es auch so. Es wird viel zu viel ins Hirn gefickt, ja. Viel zu viel ins Hirn gefickt. Das ist für dich links. Die Mündigkeit des Individuums. Ja, und das ist genauso. Kollektivismus ist links, Freiheit ist rechts. Ja, genau. What the fuck? Inwiefern ergibt das fucking Sinn? Es ergibt ja Null Sinn. Der höchste Individualismus ist natürlich links. Allein die Idee, wenn wir eine linke Welt errichten, werden die Menschen viel individueller und freier, als wenn wir eine rechte Welt, egal welche rechte Welt errichten. Ist doch ganz klar. Sie erklärt das vielleicht. Ich hätte gesagt, das Linke ist auf jeden Fall sehr kollektivistisch. In seiner schlechten Ausbildung, ja. Aber das revolutionäre Subjekt wurde von Marx ja bei der Arbeiterklasse verortet. Das heißt, er war der Meinung, dass von dort Progression ausgeht. Ich halte das für ein Irrtum. Ich glaube, das revolutionäre Subjekt saß ihm gegenüber, wenn er in den Spiegel geschaut hat. Das sieht man ja auch jetzt in der Krise. Arbeiter wählen eher rechts, konservativ. Das heißt, möglicherweise lag er da einfach falsch. Ich glaube, tatsächlich die Ideen, die die Welt verändert haben. Naja, stimmt. Wer sammelt unsere Eier ein, wenn es keinen Bauern gibt? Oh Mann. Wir haben uns gerade, wir haben uns heute angeschaut, meine Frau und ich, wir haben uns heute angeschaut, Chicken Run. Kennst du Chicken Run? Wo die Hühner da auf dieser Farm sind, ist so ein Animationsfilm, ich glaube, von diesem Typen, der Wallace & Gromit gemacht hat, Chicken Run. Und das ist wirklich so, diese, das ist einfach Proletopie in der fucking Nutshell. Es ist einfach so, da steht diese Henne da und sagt einfach so, wir müssen uns befreien, wir brauchen in die Freiheit, wir müssen in die Freiheit gehen, ja. Und die legen die ganze Zeit so die Eier. Und dann kommen so irgendwelche Hühner und sagen so, ja, aber was ist mit dem Bauer, der uns da bewacht und einsperrt, den brauchen wir doch. Dann sagt sie, nein, wir brauchen den Bauern nicht, wir können auch ohne Bauern leben. Und dann sagen sie so, ja, aber wer sammelt dann die Eier ein, ja. Und solche Sachen. War ziemlich lustig. Also das hat die ganze Zeit so eine Parallele gehabt zu dem, worüber wir hier die ganze Zeit reden. War wirklich sehr interessant. Ging nun mal von Intellektuellen aus. Und da kommt für mich die revolutionäre Kraft her. Ja, traditionell haben die Arbeiter immer links gewählt, das mit den rechten Arbeitern ist ein neues Phänomen, da stimme ich dir auch zu. Ja, das sehe ich auch so, weil es stimmt, dass die Arbeiter heute rechts wählen, weil sie einfach so extrem ins Hirn gefickt wurden. Vor 100 Jahren haben die Arbeiter alle links gewählt. Deswegen musste man ihnen so einen Trick vorsetzen, wie zum Beispiel die NSDAP das gemacht hat, dass sie sich einfach für Sozialisten ausgeben. Deswegen war ja der Trick, dass man ihnen erzählt hat, dass die eigentlich in Wirklichkeit Sozialisten sind, damit die Arbeiter gegen ihre eigenen Interessen wehen. Ein bisschen ähnlich ist das, wie heute die AfD den Leuten erklärt, dass sie in Wirklichkeit für Basisdemokratie ist. Also, dass sie so für, ja, jeder darf mitbestimmen, alle können wählen, klar, und wir sind die Partei der kleinen Leute und in Wirklichkeit sind wir Dings, weißt du? So, aber in Wirklichkeit ködern sie nur die Arbeiter und sind eine Bonzenpartei in Wirklichkeit. Ja, so ist das. Ich möchte jetzt nicht, bevor ihr jetzt an Idiot kommt, ich möchte jetzt nicht die AfD mit NSDAP in ihrer Grausamkeit vergleichen, sondern einfach nur in dem einen einzigen Punkt, dass sie eigentlich sich linke Talking Points und linke Versprechen aneignen, um die Arbeiter da reinzulegen, damit die Arbeiter nicht nach links gehen, weil das wäre schlecht für sie. Okay? Also kurz gesagt eine Pseudo-Opposition, wie ich immer sage. Aber es ist als Bewegung, wie er es imaginiert hat, war es eine Bewegung der Vernunft gegen unvernünftige Feudalstrukturen, die im Prinzip nur aus Unmündigkeit resultieren, weil der Einzelne glaubt, er kann nicht sich seines eigenen Verstandens bedienen, es ist alles schon richtig so, wie es ist, so wie es immer war und so weiter. Also das, was ändern zu wollen, die Linke will ja mal was verändern an den bestehenden Strukturen, hat ja sozusagen diesen Aspekt, dass man sich selbst auch erst aus der Mündigkeit heraus sein eigenes Handeln versteht. Sagt, ich kann aber mit meinem Verstand das durchdringen, wie man das eigentlich besser machen kann. Das heißt, für mich hat die Linke auf jeden Fall traditionell gesehen diesen Aspekt der Mündigkeit gehabt und das wird gerade ja aufgeweicht hin zu was im Kollektivistischen, was... Naja, ich meine im Endeffekt wird die gesamte Gesellschaft durch den Kapitalismus und die Herrschenden in zwei Lager eingeteilt und diese sind beide kollektivistisch. Das ist ja das Problem. Die sind beide kollektivistisch, wenn du sie dir anschaust, die Pseudolinken wie die Pseudorechten. Die halten ja einfach nur an ihren Überzeugungen, schauen nicht über den Tellerrand hinaus, sind einfach eh alle gleich, haben alle die konforme, gleiche Meinung. Entweder sie sind for the current thing oder sie sind against the current thing. Ja, da haben wir wieder diese Verschränkung. Wenn die einen, in jedem Ding, was da draußen passiert, gibt es einfach sofort eine kollektivistische Position, nämlich man sagt, was war jetzt? Ah, Flüchtlinge in Lampedusa. Also wir Pseudorechte, wir müssen einfach sagen, boah, das sind Invasoren und die Pseudolinken müssen sagen, nein, lasst sie alle rein, ihr seid einfach Schweine, unmenschliche Schweine seid ihr. Ja, das ist normal, da hast du diese zwei Positionen und dann Kollektivismus. Und dann hast du das bei allen anderen Dingen. Aiwanger, hast du auch sofort eine Spaltung in zwei Lager. Such dir ein fucking Thema aus. Es ist wurscht, was das Thema ist. Klimawandel, Corona, Waffenlieferungen, scheißegal, was es ist. Du hast immer das. Und dann hast du aber eine Handvoll Menschen, die wirklich selbstständig denken können, die dialektisch denken können vor allem, die sagen können, okay, das hat wirklich diese Bedrohung, das hat aber auch wirklich diese Vorteile, das hat diese Möglichkeiten, das hat dieses Ding. Die Welt ist komplex. Es ist nicht so einfach. Und diese Leute sind coole Leute und diese Leute Sonderschule. Nein, diese Leute gehören zu uns, würde ich sagen. Ich würde sagen, das sind Leute, was ich als unsere Community irgendwo bezeichnen kann. Und das Interessante bei uns ist ja, wir sind ja nicht wirklich eine Community. Das ist ja das, was interessant ist an dieser ganzen Nummer. Wir sind ja in Wirklichkeit gar keine Community. Wir sind lauter einzelne Individuen, aber wir sind uns so ähnlich und mögen uns, dass wir zusammenhalten oder dass wir zusammenbleiben. Oder wir haben so sehr ähnliche, irgendwie habe ich das Gefühl, was uns zusammenhält, ist einfach, dass wir froh sind, endlich mal Menschen getroffen zu haben, die nicht dumm sind. Ich glaube, das ist das, was uns zusammenhält. Und nicht einfach so ein, es ist klar, dass dieses Narrativ das Richtige ist. Sondern wir haben unterschiedliche Positionen, wir haben unterschiedliche Ansichten, wir sind uns nicht in allen Punkten ähnlich, aber wir denken uns, wow, endlich mal nicht vollkommen verblöderte Menschen. Auch wenn sie anderer Meinung sind. Weil du bist ja nicht blöd, wenn du eine andere Meinung hast. Du bist blöd, weil du einfach fucking nicht logisch denken kannst. Und weil du einfach nicht, ja, keine Kreativität besitzt. Und nicht einfach, okay, du bist blöd einfach. Jetzt, weil ihr wisst, was bedeutet das, wenn man blöd ist. Aber bei diesen Leuten hier habe ich das Gefühl, dass sie nicht blöd sind. Jeder ist intelligent, aber halt ist auf seine eigenen Schlüsse gekommen. Und die sind halt unterschiedlich. Und das ist okay. So einfach ist das. So dieses Gefühl habe ich bei unserer Community. Und ich finde das super, weil es sind lauter sehr individuelle Menschen mit sehr individuellen Ansichten, aber irgendwo kommen wir dann doch zusammen und sagen, okay, gut, wir sind unterdrückt, wir müssen was dagegen machen und diese ganzen kollektivisierten Idioten da draußen sind nicht die Lösung. Was die Lösung ist, wissen wir jetzt auch nicht, aber müssen wir auch nicht. Deswegen reden wir miteinander, um das vielleicht irgendwann herauszufinden. Und das finde ich schön. Ja. Also in dem Sinne, beste Community der Welt, meiner Meinung nach. ... habe sich kollektivistisch verhalten. Ich meine, Nationalsozialismus, es wird immer wieder behauptet, war ja auch nur ein Sozialismus. Geschichtsklitterung. Ich meine, die Linken wurden verfolgt. Das ist so geil. Sowohl rechte als auch linke Bewegungen in der Geschichte der Menschheit haben sich... Sowohl rechte als auch linke Bewegungen in der Geschichte der Menschheit haben sich kollektivistisch verhalten. Ich meine, Nationalsozialismus, es wird immer wieder behauptet, Ja, war ja auch nur ein Sozialismus. Geschichtsklitterung. Ich meine, die Linken wurden verfolgt und Nationalsozialismus. Kommunisten wurden verfolgt. Genau. Ja gut, das ist natürlich wieder eine eigene Debatte, weil ich verstehe schon das Argument zumindest, der sozialistische Hintergrund, aber es war halt Nationalsozialismus. Also es ist ja sowieso eine ganz komische Form gewesen. Aber jetzt über... Kollektivismen sind abzulehnen, jede weder Form, weil... Es war kein Sozialismus. Definitiv nicht. Es hatte nicht die Merkmale des Sozialismus, nicht mal im geringsten. Es war nicht Sozialismus. Die, in meinen Augen, das Gemeinwohl, ein wie auch immer geartetes Gemeinwohl, über die Unverletzlichkeit, Mündigkeit... Also der Punkt ist, Nationalsozialismus, also die Nationalsozialisten, was sie errichtet haben, war Faschismus halt. Und Faschismus ist eine Form des Kapitalismus. Und als der Faschismus eingegangen ist, konnten sie einfach... Die Kapitalisten konnten nicht einfach sagen, ja gut, ja, wir haben das gefördert. Und tja, das war halt irgendwie... Wir wollten uns gegen die Arbeiter wehren und deswegen haben wir in diese arbeiterfeindliche Partei investiert, die sich eigentlich arbeiterfreundliche Partei nennt. Und tja, nein, stattdessen schweigt man einfach 40 Jahre lang, bis dann einfach sozusagen die Leute ein bisschen wegsterben, 50, 60, 70, 80 Jahre lang. Und dann fängt man nach und nach ein bisschen zu drehen und sagt einfach so, naja, die Nazis waren schon Sozialisten, steht ja im Namen, oder? Also, man hat ja gesehen, Stalin hat auch Leute eingesperrt und war ein Fascher, genauso wie Hitler, also ich meine, na, weißt du? Und so weiter und so fort. Also das heißt, man fängt dann an, die Geschichte umzudrehen und zu sagen, dass die wirklich Sozialisten waren. Das waren sie nicht, sie waren Kapitalisten. Und das kannst du, wenn du dir ihre Wirtschaft anschaust, wie sie war, und wenn du dir anschaust, mit wem sie Geschäfte gemacht haben und gegen wen sie gehandelt haben, da wirst du sehen, dass sie arbeitnehmerfeindlich waren und arbeitgeberfreundlich waren. Und dass sie, ja, ich meine, die ganzen KZs, die sie gebaut haben und so weiter und die ganzen armen Leute, die sie da ausgebeutet und gefoltert haben, die haben ja gearbeitet für die Konzerne in Deutschland. Ja, die wurden in Arbeitslager gesteckt für die Konzerne. Plus haben die Nazis privatisiert und so, das ist Wahnsinn. Und die Dreckskonzerne gibt es auch heute noch. Ja, klar, natürlich. Das heißt, das war vollkommen kapitalistisch. Das ist ja, was für eine Sozialismus, Liga. Wovon reden wir? Das ist ja Wahnsinn. Wenn es Sozialismus gewesen wäre, hätte man den Staat als Ganzes abgeschafft. Also hat man das gemacht? Nein, irgendwie nicht. Das Gegenteil hat man gemacht. Ich meine, im Endeffekt hat man das Gleiche gemacht wie Pinochet in Chile. War das auch Sozialismus? War Pinochet Sozialismus? Wovon reden wir? Das Einzelnen stellen. Und wir müssen das eigentlich die Werte von, keine Ahnung, das ist der Stein, auf dem ich sterben möchte. Okay, das ist ja dann auch wieder... Die Faschisten haben Gewerkschaften ermordet und Staatsbetriebe an Kapitalisten verscherbelt. Ja, absolut. Aber dann holen sie immer so ein... Schau, hier ist ein Zitat. Goebbels hat vor zig Jahren gesagt, dass sie natürlich Linke sind. Schachmatt. Ja, 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 genau. Er hat es genau wegen Leuten wie dir gesagt, die darauf reingefallen sind. Nicht mehr und nicht weniger. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Eigentlich ganz gut, dass wir da hingekommen sind, weil ich dich noch fragen wollte, was deine Motivation ist. Also was dich auch so antreibt, deine Arbeit zu machen und was du damit erreichen willst. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich so ein bisschen davon zehre, dass ich in meinen 20ern ein relativ schönes, freies Leben genossen habe in diesem Land. Ich kann mich über wenig beklagen und habe eine freie Gesellschaft kennengelernt. In Berlin und wie wir alle so miteinander unsere... Eier-Talking-Coming, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Unser Leben beschneidet haben. Ich habe eine freie Gesellschaft kennengelernt, wo man zwischenzeitlich das Gefühl hatte, es kann doch ab jetzt eigentlich nur noch immer alles besser werden. Aber dann gleichzeitig so eine Angst, nee, aber das ist unrealistisch, das kann nicht immer alles besser werden. Irgendwann kippt es dann wieder. Das heißt, aber ich habe was erlebt, was irgendwie in einem gewissen Ideal gleichkommt, wie eine freie Gesellschaft aussehen könnte, wo auch noch relativ... Aber ich muss schauen, dass ich zum Reden komme, die labert viel, die labert schnell und viel. Wenig die Meinungen diszipliniert wurden, im Privaten zumindest nicht. Also dass man sich von Freunden entzweit hat, nur weil sie eine andere Meinung hatten. Das kenne ich jetzt so von vor 2020 nicht. Da hat man dann bei einem Bierchen mal dann irgendwie drüber geschnackt und sich fürchterlich gestritten und Spaß dabei gehabt. Aber das ist ja ein ganz anderes gesellschaftliches Klima jetzt. Und ich glaube, dass mir diese offene, freie Gesellschaft etwas bedeutet. Und zwar eine wirklich offene, freie Gesellschaft, nicht das, was einen... schon mit Finkelstein geredet. Na, hat mich aber nicht interessiert. Ganz ehrlich. Es hat mich auch nicht interessiert, mit ihm zu reden. Ich wollte das. Ich habe ihm geschrieben, hey, komm, reden wir. Und er hat gesagt, hey, komm, reden wir. Aber dann irgendwie hat es mich nicht interessiert. Und ich habe das Gefühl, ihn hat es dann auch nicht interessiert. Und ich meine, ich habe eh alle meine Punkte dargelegt. Keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Der Soros mit seinen tollen NGOs hier versucht, Top-Down zu implementieren. Und dass ich bereit bin, dafür zu kämpfen, dass das so bleibt. Also, dass wir da was zu verlieren haben. Und was dann in der Hinsicht auch wieder was Kleines, Konservatives hat. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ein bisschen ewig gestrig, sind wir doch alle. Irgendwas wollen wir, aber ich kann das gut nachvollziehen. Wir sind ja gleich alt. Und ich kann mich daran erinnern, was du gerade beschreibst. Auch diese 20er, auch an der Uni. Ich kann mich an... Gut, ich... Schlomo ist traurig, weil ihr noch nicht geredet habt, hat er heute in der Wabe gesagt. Na ja, echt? Ja, aber die sollen sich mal das anschauen. Der soll sich das mal anschauen, was ich reaktet habe auf Clowny und Kasper. Und wenn er mir dann Feedback gibt dazu, dann können wir reden. Ich weiß nicht, dass ich das jetzt alles nochmal erzähle. Keine Ahnung, nee. Ich war auch an so einer BWL-Uni, da hat man sich eh nicht für Politik interessiert, sondern für das Praktikum oder wie man mal wie viel Geld verdienen kann und so weiter. Aber an diese Politisierung konnte ich mich nicht erinnern. Und das heißt nicht, dass einzelne Studenten nicht politisch waren. Natürlich, selbstverständlich. Aber es war einfach nicht so ein großes Thema. Und das hat dann zugenommen, hier 2015 war der erste Knackpunkt mit der Migrationskrise, die ja fortfolgende ist eigentlich. Und dann natürlich wurde das nochmal um ein Vielfaches schärfer mit Corona. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, diesen leicht konservativen Gedanken, den du auch... Ja, es ist interessant, dass man dann auf einmal an sich Sachen entdeckt, die man die Jahre vorher nicht für Möglichkeiten hätte. Weil ich meine, links davor für mich war das immer der Ausbruch aus verkosteten Strukturen. Und ich habe mich selbstverständlich gegen die Mehrheitsgesellschaft gerichtet, weil ich gehöre ja einer stigmatisierten Randgruppe an, der stigmatisiertesten Randgruppe überhaupt. Na, tut mir leid, aber es sind einfach Strukturen mittlerweile zerstört worden, die eigentlich sinnvoll waren. Und man muss manche Strukturen wiederherstellen. So wie zum Beispiel, dass Eltern ihre Kinder normal großziehen können. Ja, und nicht einfach in Arbeitswelten gefangen sind, wo sie sich um ihre eigenen Kinder nicht mehr kümmern können und sich ihr Leben nicht leisten können. Also da müssen wir natürlich wieder ein bisschen Dinge gut machen und vielleicht ein bisschen wieder zurückgehen, ja, da an der Stelle. Und das ist wichtig, ja, und ich würde das jetzt aber nicht rechts bezeichnen, tut mir leid. Also Familien stärken, wenn das rechts ist, dann hat man nicht verstanden, was links und rechts ist. Weil Familien stärken ist sehr hilfreich gegen den Klassenkampf, gegen die da oben, ja. Das ist halt sehr hilfreich in diesem Kampf. Also von dem her, du brauchst eine Familie und die musst du stärken. Menschen brauchen Familien und das ist eine gute Sache auch. Ja, und da darf man nicht naiv sein und einfach so, ja, wir brauchen keine Familie, wir überwinden Familie, Strukturen. Nein, du überwindest nur ein Gehirn. Das ist alles, was du überwindest. Du überwindest einfach nur dein Gehirn und solltest ein bisschen weniger reden und mehr die Fresse halten. Das heißt, das ist ganz, ganz logisch, rein von meiner persönlichen Verordnung. Weil sonst werden wir automatisiert, genau. Verordnung, dass ich mich bei der linken Bewegung gesehen habe, weil die sich klassischerweise natürlich für Minderheitenrechte anbaut. Und für die Fringe-Minorities einsetzen und für die Fringe-Minorities. Und dass in einer Zeit, wo aber gesamtgesellschaftlich sich was verschlechtert. Ja, du sagst, Schlomo bekommt erst ein Gespräch, wenn er tausendmal MBS an die Tafel geschrieben hat. Spaß, nicht, kein Spaß. Wirklich, ja. Dass es durchaus eine Qualität sein kann, was erhalten zu wollen. Also, dass das Konservative als Kompliment zum Progressiven durchaus seine Berechtigung hat, ist etwas, was ich die letzten Jahre erst gelernt habe. Ja, also konservativ und progressiv und nicht links und rechts. Ja, wo ich auch erstmal ein bisschen mit gefremdelt habe, möglicherweise. Kennst du den Spruch, wer mit 20 kein Linker ist, hat kein Herz und wer mit 30 Konservativer ist, hat kein Hirn? Und ich glaube, dass es dieser Alterskonservatismus ist, der tatsächlich eintritt. Okay, so kann ich den Spruch akzeptieren, ja. Diesen Spruch kann ich so akzeptieren, ja. Wenn es um konservativ und progressiv geht, okay. Aber ich kenne den Spruch auch mit, wer Sozialist ist. So war der Spruch eigentlich ursprünglich. Und das ist halt ein Blödsinn, ja. Weil Sozialist muss man sein, was soll ich sagen? Weil ich fand es so spannend, als du dann zugegeben hast, ja, du hast dich von diesen Kindern so inspirieren lassen. Der Spruch kommt auch von der MPS, wahrscheinlich, oder? Nein, der kommt vom, ähm, kommt der nicht von Churchill oder sowas? Wir werden es schon wissen. Und da ist was Wahres dran, ja. Und gleichzeitig ist es so bescheuert, weil Kinder wissen es tatsächlich nicht besser. Ja, es ist einfach so. Und es sei ihnen auch gegönnt, um Gottes Willen, so viel Scheiße auch zu denken, weil das kannst du dir nur in diesem Alter auch erlauben. Und deswegen ist es eigentlich so schön, so naiv und auch radikal teilweise. Also eine radikale Naivität zu haben, ja. Aber dass sich dann ältere Menschen, erwachsene Menschen danach ausrichten, ist für mich ein absolut fataler Fehler. So ein Jugendkult irgendwie. Ja, nicht nur das. Es ist wirklich, es ist, es ist, man darf das beobachten und angucken und Inspiration da herausziehen. Aber wenn du älter bist, hast du mehr Erfahrung. Du kannst viel mehr Dinge, du kannst das verstehen, was du gerade gesagt hast. Ja, dieses Progressive und dieses Konservative zusammenzubringen und zu verstehen, dass das komplementär ist und das eine das andere gar nicht ausschließt, sondern dass man beides braucht. Oder auch zu erkennen, dass bestimmte Dinge widersprüchlich sein können oder dass man vielleicht auch mal einen Fehler gemacht hat und dann den auch wieder auszumerzen und sowas. Und das sind alles Dinge, darum muss sich ein junger Mensch Gott sei Dank noch gar nicht scheren, weil er einfach noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hat, weil er nicht so viel erlebt. Und deswegen kann er in seiner radikalen Naivität auch ganz krasse Gedanken haben und sagen, nein, das ganze System muss kaputt gehauen werden, wir machen alles neu. Ja, weil er noch gar nicht so viel... Na, na, jetzt vermischst du einfach zwei Dinge miteinander. Na, 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 na. Welches System? Das Klassensystem? Ja, wieso nicht? Das hat ja nichts, das erkennst du eher erst, indem du älter wirst. Aber Progressivität und konservativ sein und progressiv sein, ja, so. Da kann man herumverhandeln. Beides gehört zur Demokratie und beides sind wichtige Gegensätze, die wirklich ernst genommen werden müssen. Das auf jeden Fall. Aber links, rechts, sprich oben und unten, nein. Wie ein Durchdachter, der hat doch noch gar nicht so viel erlebt. Ist auch vollkommen in Ordnung. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und deswegen finde ich das ganz interessant, dass du an diesem Punkt angelangt bist, weil ich mich auch da irgendwie wieder sehe. Ich würde jetzt nie sagen, dass ich so dezidiert links war, aber wahrscheinlich links by default, also Systemeinstellung, so wie das in Deutschland oft der Fall ist. Genau, genau. Nein, ihr wart alle liberal by default, nicht links. Ihr wart linksliberale, Pseudolinke wart ihr per default, ja. Ah, ihr wart sicher nicht links. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt… Weil links sein dauert ein bisschen länger, also um wirklich links zu sein, sprich unten gegen oben, das dauert länger, bis du das verstehst, wie das funktioniert. Wir könnten auch sehr viel länger weitersprechen, aber wir sind schon bei 90 Minuten. Genau, links ist man nicht bei default, sondern eher neoliberal, das meine ich, Pseudolinks. Ja, und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich bin sehr gespannt auf die Presenanz und möchte hier an dieser Stelle auch nochmal auf dein Substack hinweisen. Du hast schon über 4000 Subscriber, ich glaube, da geht mehr. Ja, Twitter ist interessanter eigentlich. Alles erfährt man eigentlich bei Twitter. Alles erfährt man bei Twitter. Nur die journalistischen Texte sind bei Substack, aber ich schaffe ja nicht immer zu allem, was mich so bewegt, einen journalistischen Text zu schreiben, mit Quellen. Das ist richtig. Also, ich werde alles verlinken. Ich finde, Substack ist eigentlich wirklich eine tolle, also das haben die toll entwickelt, einfach eine tolle Idee gewesen. Also, Twitter. Kosovo hält sie für naiv. Das ist ihr Blick. Sie denkt sich so, ja, komm. Aber Jasmin, wer hat dein inneres Kind so zusammengeschlagen? Wer hat deinen inneren Trieb zur Befreiung so geknechtet? Wer hat dich da eingespannt in dieses System, wo du einfach so sagst, ja, manche Dinge müssen halt sein? Jasmin, jemand hat dich imprägniert. Telegram, für die, die nicht auf Twitter, oder Ex heißt es ja jetzt. Und natürlich dann Substack, ich verlinke alles. Ja, Kursüberg ist innerlich im System angekommen. Ja, sie wurde gebrochen von der Schule oder von was auch immer. Damit man deine journalistische Arbeit auch weiterverfolgen kann. Und es ist immer spannend, so deine Beiträge zu lesen, auch immer die Diskussion dazu zu hören. Also es geht immer heiß her, da ist immer ein bisschen Spannung dabei. Auch mit meiner eigenen Community. Ja, das verständlich, auch mit der eigenen Community. Wir haben auch hier und da, regen sie sich über dich auf. Und dann wird der eine gelöscht und regt das, kommt er wieder. Also es ist ein Reigen, ein fröhlicher Reigen. Lieber Arjen, danke schön für das interessante Gespräch. Ich verlinke, wie gesagt, alles unten. Und ich danke dir nochmal für deine Zeit. Danke dir auch. Muss ich einladen, oder? Muss ich unbedingt einladen und mit dir über Pseudolinke reden. Das heißt, wie gesagt, alles unten. Vielen Dank.